Was geht ab Leute? Mein Name ist PA. Ich hoffe euch allen geht's gut. Einige Menschen warten jetzt schon seit ein paar Wochen auf ein bestimmtes Video, welches ich heute online stellen werde, einfach nur weil ich mein Wort halte und nicht als Laberbacke durchgehen möchte. Was ich jetzt mittlerweile auch schon des Öfteren unter Beweis gestellt habe. Ich wollte dieses Video nicht mehr rausbringen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach so langweilig geworden ist, dass es einfach komplett irrelevant ist. Es zieht sich so in die Länge und ist so unnötig. Aber ich habe mich für dieses Gespräch bereitgestellt, ich habe es geführt und bevor jetzt auch noch irgendein Typ im Internet wirklich das Gerücht verbreitet, ich hätte diesem Gespräch nicht standhalten können oder sonst irgendetwas, was kompletter Schwachsinn ist, was ihr auch gleich sehen werdet, bringe ich es trotzdem raus. Ich werde es nach zwei Tagen trotzdem offline nehmen, weil ich der gequillten Scheiße, die dort geredet wird, einfach keine Plattform bieten möchte. Jeder, der will, kann sich das ja jetzt runterziehen und wieder selber uploaden. Aber bei mir auf meinem Channel gibt es da keine Plattform für. Trotzdem solltet ihr dieses Gespräch sehen können oder wenigstens sehen, dass es stattfand und keiner irgendwie abgekackt hat. Wenn da irgendjemand abgekackt hat oder komplett behindert über die Bühne kam bei diesem Gespräch, werdet ihr das ja gleich unschwer erkennen. Aber für alle, die gar nicht wissen, worum es geht, einmal kurz erklärt. Am 12.01.2018 habe ich mit Kianusch das Album Desperados 2 rausgebracht und im Zuge dieser Promophase sind mir ein paar Videos bei YouTube aufgefallen von einem gewissen Herrn Tillmann Knechtel, auch bekannt als Trau Keinem Promi, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, wilde Verschwörungstheorien aufzustellen beziehungsweise die gesamte Welt Verschwörung aufzudecken und jetzt noch zu seinem Schwerpunkt gemacht hat, deutsche Rapper damit reinzuziehen, beziehungsweise ganz klar und deutlich zu machen, dass deutsche Rapper zur Loge gehören oder sich von der Loge haben korrumpieren lassen oder sich der Loge anbiedern wollen, dem Establishment, wie er es so schön ausdrückt, den Illuminaten. Und ich möchte vorweg etwas sagen. Ich habe in meinem Leben viel Musik gemacht bezüglich solcher Geschichten, bezüglich des Weltgeschehens und auch vieler Dinge, die wir als Otto Normalverbraucher vielleicht nicht wissen. Also ich bin voll und ganz auf einer Linie, wenn mit den Menschen, die sagen, dass es auf jeden Fall ein Machtzentrum gibt oder es Menschen gibt, die einfach übertrieben erfolgreiche Unternehmen haben und deswegen übertrieben viel Geld besitzen und mit diesem Geld auch die Politik nach ihren eigenen Interessen beeinflussen können. Und ich denke, diese Dinge sind mittlerweile noch nicht mal mehr ein Geheimnis. Und mit den Jahren wird man älter und betrachtet die ganze Geschichte auch noch mal ein bisschen aus einer erwachseneren Sicht. Und dieses Komische, nur weil jemand mit seiner Hand mal aus Versehen das gemacht hat oder dies gemacht hat oder auf seinen Klamotten dies trägt oder das trägt, das ist für mich mittlerweile ein bisschen zu kindisch, ein bisschen zu plump, ein bisschen zu einfach und auch ein bisschen zu hirnrissig. Ja und diese Rapper, die ganz klar schon damit spielen mittlerweile, das sind Rapper, die damit spielen wollen. Die wollen, dass solche Typen wie Tilman Knechtel dann ein Video machen, wo die erzählen, der gehört ja zu den Illuminaten, weil die es einfach verdammt witzig finden und es auch geil finden, ihr Image damit zu bündeln. Aber nicht, weil sie wirklich dazugehören, dazugehören wollen oder so einer Loge, wenn sie existiert, überhaupt irgendwas bringen würden mit ihren paar verkauften Einheiten hier in Deutschland. Lieber Tilman, ich habe dieses Gespräch sehr human mit dir geführt. Ich habe mich auf dein Level begeben und habe es probiert, korrekt mit dir zu führen. Was ich jetzt mittlerweile als Fehler empfinde, weil du bist sehr ignorant, du bist sehr festgefahren bei dem, was du denkst und man kann dich eh nicht vom Gegenteil überzeugen. Du denkst allen Ernstes, dass Bushido was mit den Anschlägen von Paris und Berlin was zu tun hat, weil er, was weiß ich was, Dicke, das ist einfach so ein Haufen Scheiße. Aber wenn ein Mensch an etwas glaubt und dann auch mit dem, woran er glaubt, sich irgendwie eine Popularität hat aufgebaut, dann kannst du dir das natürlich nicht mehr ausreden, weil dann hätte sein gesamtes Leben keinen Sinn mehr. Aber Tilman, du tust mir einfach leid, Dicke. Ich habe dich kennengelernt. Du sahst sehr blass aus, sehr ungepflegt. Du bist so, als wärst du jetzt sein Zimmer in den letzten zwei Jahren nicht verlassen, Dicke. Du bist unter sehr komischen Umständen nach Berlin gereist. Dachtest, dass da die böse Loge auf dich warten würde und da vielleicht kidnappen würde. Deswegen hast du mir da irgendeinen Kollegen von dir mitgebracht. Und Dicke, geh mal zum Friseur, mach mal Urlaub, mach irgendwas. Die Welt ist nicht so schwarz, wie du sie dir vorstellst. Und natürlich passieren ungerechte Dinge auf der Welt. Und ich bin für jeden, der sich gegen Ungerechtigkeit, gegen Unterdrückung und all dem irgendwie erhebt und was leistet. Und ich denke, ich als jemand, der Songs schreibt und auch viele Dinge darüber geschrieben hat, habe dafür schon hundertmal mehr getan als du. Aber mit deiner Scheiße, die du da auf YouTube verzapfst, bewegst du ganz genau gar nichts. Außer, dass du diese Menschen, die eh schon dumm sind, noch mehr verdummen lässt und denkst, dass diese plumpe Art, Dinge zu durchleuchten, wirklich irgendwas mit der Realität zu tun hat. Ich wünsche dir alles Gute an der Stelle. Viel Spaß mit diesem langweiligen Gespräch. Peace. Jo Leute. Ich wünsche dir alles Gute an der Stelle. Ich denke gar nicht so krass darüber nach. Ich habe einfach Bock, dieses Gespräch mal ein bisschen zu führen und auch mit jemandem, der solche Dinge behauptet, halt einfach mal zu quatschen. Ich will dann auch nicht so auf Superstar machen und sagen, ich gebe jetzt Promo, ob du Promo hast oder nicht. Das ist ja jetzt eigentlich in dem Maße egal. Ich freue mich, dass du hier bist und ich hoffe, das wird ein cooles Gespräch. Zuallererst brauchst du keine Sorgen zu machen. Ich habe deine Vorhand kündigt gesehen mit Freizeich Verschwinde und Polizei und solche Geschichten. Also ist alles gut. Erzähl, ich würde gerne, kannst du vielleicht davon anfangen, ich würde gerne, vielleicht kannst du das Ganze introducen, indem du nochmal erklärst, was du uns halt genau in deiner Beschreibung davor geworfen hast, was du mir vorwirfst, was du denkst. Und ja, dann kann ich mich ja zu der ganzen Geschichte beäußern. Genau, also die Sache ist die, ich habe einen YouTube-Kanal, auf dem ich über verschiedene Themen spreche, also auch politische Themen und einfach Sachen, die kritisch sehe auf der Welt. Ich habe mich auf ein Thema dann einfach spezialisiert, weil es niemand außer mir macht. Und zwar ist es diese Kulte Symbolik, speziell im Deutschrap. Der Grund ist nicht, weil ich paranoid bin oder Leute irgendwie sagen will, was sie machen sollen und auch kein Problem darin sehe, wenn Leute irgendwelche Zeichen machen in ihren Videos, sondern der Grund ist einfach, dass man die ganze Sache im Kontext sehen muss. Und der Kontext ist nun mal, dass es in Amerika schon seit Jahren diese offensichtlichen Zeichen gibt. Und diese offensichtlichen Zeichen spielen sich in dem Kontext ab, dass dort wirklich faktisch riesige Medienunternehmen hinter den Stars stehen und diese Stars auch wirklich als den neuesten Trend anbreiten. Und diese Stars sind jetzt nicht so, sag ich mal, organisch entstanden, wie jetzt zum Beispiel ein Rapper wie Kollegah oder ein Rapper wie du, sondern die waren da und alle Medien haben gesagt, das ist jetzt der Star und Nummer 1 Album, Superstar auf jeder Titelseite. Und da steckt definitiv eine Agenda dahin, weil der Punkt ist, diese Stars, wenn wir jetzt so Stars nehmen, wie Lady Gaga, Miley Cyrus, diese Stars machen nicht nur diese Kult-Symbolik, sondern diese Stars werden natürlich auch politisch eingesetzt. Da gibt es verschiedene Sachen, sei es jetzt das Waffenverbot in den USA, sei es jetzt der Klimaschwindel, sei es jetzt, dass niemand dieser Leute natürlich über Sachen, wie den 11. September spricht, dass alle immer, wenn sie etwas kritisieren, dann kritisieren sie alles immer als Einheit. Also jetzt ist quasi jeder Star in den USA jetzt gegen Donald Trump, jeder Star in den USA war da vorne wie Obama. Das heißt, du merkst, diese Leute sind gleichgeschaltet und die stehen unter der Kontrolle von Medienunternehmen. Das heißt, diese Leute werden da platziert, da ist eine größere Agenda dahinter. Darf ich ganz kurz einschreiten? Aber es gibt auch viele Stars, die öffentlich gegen Donald Trump demonstrieren. Genau, jetzt sind alle gegen Donald Trump, davor waren alle für Obama. Ach so, okay. Ja, okay. Da gibt es ja auch viele Beispiele, so gerade die amerikanische Late Night Host, da gibt es auch so ein cooles Meme im Internet, ich glaube, 14 Leute, die haben alle zu jedem Thema genommen, die selbst politische Einstellung. Das heißt, da kann man nicht mehr von Zufall sprechen, wenn alle so gleichgeschaltet sind und alle das Gleiche denken. Können wir natürlich sagen, die sind ja mumpfig, aber offensichtlich läuft da vieles überhaupt nicht mumpfig an. Das heißt, diese Medienkonzerne, die uns auch immer wieder in Bären aufbinden, wenn es jetzt um 9-11 geht, wenn es jetzt, jeder weiß zum Beispiel, dass die Massenvernichtungswaffen nicht im Irak waren oder so. Damals haben alle Medienkonzerne einheitlich darüber berichtet, dass da jetzt die Massenvernichtungswaffe im Irak sind, wir müssen da einmarschieren. Wir haben auch alle einheitlich berichtet, dass Gaddafi der Bösewicht ist und wir ihn jetzt bombardieren müssen. Und alle haben mitgespielt. Und genau diese Medienkonzerne werden von den gleichen Leuten besessen, die uns auch diese Stars präsentieren, die da scheinen Super Bowl auftreten und uns eben manipulär beeinflussen sollen. Also das ist eine ganz andere Geschichte als jetzt bei Deutschraffern wie dir, wo ich glaube, dass es wirklich organisch gewachsen ist, dass wir es erarbeitet haben. In Amerika hast du so einen riesigen Talenten holen, du kannst jeden auswählen. Also es gibt nicht hundert, die die Gagas wieder auswählen können. Da werden natürlich eben die Leute... Darf ich dir eine Frage kurz stellen? Ja. Also ich kann dir folgen, wenn du sagst grundsätzlich auch viele, die ich nicht mal komplett widersprechen würde. Aber vielleicht kann ich daraus auch ableiten, dass du sagst, dass die Meinung, die von diesen Stars dann repräsentiert wird, die Meinung ist, die dem entspricht, was diese, weiß nicht... Elite, ja. Was diese Elite verkörpern möchte. Und also den kann ich dann ableiten, dass du der Meinung bist, dass Donald Trump nicht zu dieser Elite gehört. Doch, auch, ja. Es ist ein größeres Spiel. Aber natürlich ist es kein Zufall, dass durch die ganzen Stars, also das gesamte Establishment, jetzt gegen ihn ist und er als Feindbild aufgebaut wird. Ich denke, nach meiner Theorie, so wie ich mich über ihn informiert habe, ist er auch Teil dieser Elite. Aber er wird quasi als Feindbild aufgebaut, damit man ihn dann später als Sündenbord präsentieren kann. Das ist jetzt meine Theorie. Aber das geht jetzt ein bisschen zu weit. Ich wollte nur wissen, die Frage ist für mich auch herkommen. Ja, aber es war ja offensichtlich, dass die gesamten Medien alle gegen ihn waren. Und man fragt sich schon, wie ist sowas möglich, sodass das jetzt alles zugleich gestaltet ist. Und das jetzt, genau, zum Beispiel gerade auch in der Rap-Industrie, früher war er der beste Freund von allen Rappern. Also es gibt sogar so eine Liste, dass Donald Trump der meist erwähnte Name in der Rapmusik war. Weil alle fanden ihn cool, weil er war ja ein New Yorker, Milliardär mit Cash, so das, was die Rapper auch wollten. Nachdem er gewählt wurde, plötzlich in seinem Wahlkampf, alle plötzlich gegen ihn und er war plötzlich der weiße Lassist oder der Hilbelie-Typ, der konservativer ist und er hat ja auch vieles gesagt, was den in der Rapmusik beziehungsweise gut das. Er hat ja wirklich einen Wahlkampf geführt, wo er auch Sachen gesagt hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Afroamerikaner oder als afroamerikanischer Rapper irgendwie aus New York ihn gefeiert habe, weil er ein Milliardär ist aus New York und ich jetzt noch nicht viel von seinem politischen Statement oder von dem, was er politisch verkörfern wusste, kann ich ihn ja feiern und jetzt geht er in seinen politischen Wahlkampf und sagt auf einmal, dass er Leute, die mich scheiße findet, dann ist es normal. Das hat er nie gesagt, aber er sagt ja ganz klar, ob Migration, Flüchtlinge nicht reinkommen, seine Aussagen liegen, als du glas polarisieren haben lassen. Dann ist ja ganz klar, dass ich dann sage, er ist scheiße. In dem Sinne. Oder meinst du, die Meinung ist aufgesetzt? Ja, okay. Ja, weil es passt erstens überhaupt nicht, weil er war ja früher der Demokrat und der beste Freund von Hillary Clinton, das wüsste man natürlich nicht. Er kommt ja aus dieser New Yorker Oberschicht. Ich meine, wie man den Rapper, meinst du, die ist aufgesetzt, wenn die jetzt sagen, das ist scheiße. Ja, die ist 100% aufgesetzt, weil erstens hat er nie was gegen Ausländer gesagt, weil es gibt gar kein einziges Statement von ihm, das heißt, das Ganze wurde komplett künstlich aufgebauscht, dass er gesagt hat, er will eine Mauer nach Mexiko bauen und keinen Muslimen mehr reinlassen, das war das interessant, das ist so riesig. Also er ist ja selbst nie eingebunden, das macht ja für mich überhaupt keinen Sinn. Und da merkst du schon, dass da eine Agenda hinter steckt, vor allem jetzt keinen einzigen Gizern unterstützt. Aber krass, dass wir jetzt vierplatsch das Thema verlassen haben, ich komme mal wieder zum Hauptthema zurück. Und ja, diese Okkultsymbolik spielt sich eben in diesem Kontext ab. Das heißt, wenn diese Leute diese Zeichen zeigen, dann, und in den USA ist es jetzt noch viel offensichtlicher als welche, also da gibt es wirklich klare Zeichen, so Jay-Z mit dem Alistair Crowley T-Shirt, das Barfumet-Zeichen, Beyonce trägt diesen Barfumet, ganz bewusste Hinweise auf Satanismus, wirklich Dutzende andere Sachen in fast jedem Video mussten diese Symbolik, das müsst ihr doch auch schon aus den Zinsen schreiben, oder? Das ist, ja. Vor ein paar Jahren als Jünger war auch viele solche Dokus groß und klar, ich kenne das auch. Ja. Und wenn man jetzt sich so die Deutschrap-Szene anguckt, was da in den letzten Jahren passiert ist, dann merkt man eben auch, dass sich diese Konzerne da eingeschaltet haben, dass es wieder neue Künstler gibt, die von Major Labels unter Vertrag genommen wurden, und plötzlich waren diese Zeichen da auch drin, bei den Leuten. Und die Sache ist halt, wenn ich dieses gleiche Muster empfehle und dann auch noch sehe, wie diese Leute teilweise auch doch an der Deutschrap-Szene relativ politisch gleichgeschaltet sind, beziehungsweise ungefähr das erfüllen, was sich so die Bundesregierung wünscht, bin ich schon überrascht. so. Und wenn ich das aber erfülle, das, was sich die Bundesregierung wünscht, Ja, also ich finde, es gibt wirklich nichts politisch korrekteres, als diese ganze Rap-Szene. Weil die wünschen sich eigentlich alles, was Angela Merkel die letzten zwei Jahre gemacht hat. Also der Jürgen-Motor ist mehr Ausländereien und Steuern erwähnt. Das ist eigentlich so das, was sich so die Rap-Szene so in den letzten Jahren gewünscht hat, Die wünschen uns, dass sich die Steuern erhöhen? Ja, genau. Weil offensichtlich, wenn wir hier mehr Flüchtlinge Flüchtlinge reinbringen, die keine Steuern zahlen und offensichtlich auch nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden können, dann ist es auch nicht möglich, die Steuern zu senken, sondern man muss offensichtlich die Steuern erhöhen. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Steuern gesenkt werden, zwischendurch mal. Ja, ja. Weil die Zahl verfickt viel Steuern, das eben extrem auf den Sack. Ja, korrekt. Okay, das ist schon mal ein guter Punkt. Das Problem ist halt, ich glaube, die Rapper merken selber nicht, wie politisch korrekt sie eigentlich sind. Aber wenn man sich zum Beispiel auch anschaut, ich meine, wie viele Rapper mit Waffen posieren und mit dieser Gewalt und so spielen in ihren Texten, aber gerade in den USA sind es noch mehr Wetter mit dieser Gang-Gewalt und so, aber kein einziger Rapper ist für ein freieres Waffenrecht. Man stellt sich mal hin und sagt, okay, jeder Mensch hatte das Recht haben, eine Waffe zu tragen. Weil, man kann sich Statistiken nachschauen, zum Beispiel in Ländern wie Texas, also in Bundesstaaten wie Texas, da ist die Rate an Gewaltverbrechen und auch Einbrüchen ist viel niedriger, weil sie eben so ein strenges Waffengesetz haben, weil jeder eine Waffe besitzt. Das heißt, es gibt die Regel more guns, less crime und die bewahrheitet sich auch immer wieder und diese Gang-Gewalt findet immer dort statt, wo es mehr Waffen der Kriminalität ist. Nee, andersherum. Mehr Waffen, weniger. Weniger Kriminalität. Das bewahrheitet sich. Genau, das bewahrheitet sich überall. Okay. Bist du für ein freies Waffenbesitz? Genau, ja. Bist du für ein freies Waffenbesitz? Genau, jeder hat das Recht, sich selber zu verteidigen. Okay. Und gerade diese Zonen wie zum Beispiel Chicago oder Los Angeles haben ein sehr strenges Sachenrecht. Das heißt, gerade da holen sich eben die Kriminellen die Waffen illegal und da passieren dann eben auch die meisten schon Brechen mit Waffen. Das heißt, ich denke, die Frage, ja, was machen diese, warum wünschen sich diese Rapper jetzt nicht einfach die klare Forderung, dass jeder eine Waffe tragen darf. Ganz einfach, weil sie anscheinend irgendeine destruktive Agenda erfüllen, auch wenn sie es selbst nicht bemerken. Und genau das Gleiche jetzt bei dir. Du sagst, du willst, du willst, dass die ganzen Flüchtlinge hier reinkommen, Flüchtlinge, du weißt aber, okay, ja, oder du sagst, ja, ich habe jetzt so, also ich weiß nicht, ob du das sagst, aber es ist so der Grundtenor bei Deutschland, weil sie sagen, ich habe so die AfD, sozusagen die schlimmste Partei der Welt, weil sie die Grenzen schließen will, obwohl Angela Merkel ja vor zwei Jahren das Grundgesetz gebrochen hat, dass sie einfach zwei Millionen unbeaufsichtigt hier reingelassen hat und eben einfach die Grenzen geöffnet hat. Bist du dafür, dass man die, also bist du, ich war, bist du dafür, dass man die Flüchtlinge nicht hätte unkontrolliert hier heben lassen wird? Genau, ja. Aber es sind auch keine Flüchtlinge. Ja, es sind auch viele Wirtschaftsflüchtlinge da drunter, aber wie willst du, aber wie? Es sind ja keine Flüchtlinge. Aber wie meinst du das, es sind keine Flüchtlinge? Es sind halt wirtschaftsmitdranken. Es fehlen aber nicht alle. Ja, aber deswegen hätte man sie ja kontrollieren müssen. Aber wie kannst du das elektrieren? Ja, also zumindest ist es ja vollkommen egal, weil sie hat ja das Grundgesetz damit verbrochen. Und wenn sich Politiker nicht mehr an die Gesetze halten, die sie selbst gemacht haben, dann muss man sich schon fragen, in was für einem Land man lebt. Weil offensichtlich, wenn das Gesetz für diese Leute nicht gilt, dann lebt man nicht in einer Art Diktatur. Also wenn die Politiker sich nicht an die Rechte halten, die sie selbst gemacht haben. Zumindest, wenn die Deutschwerfer eben nicht bestimmte, ja, wie soll ich sagen, ich sehe von Deutschland einfach überhaupt kein politisches Statement in Richtung mehr Freiheit und in Richtung gegen diese Politiker. Alles gut vom Bild? Und ihr erfüllt einfach zu sehr die etablierte und die Politik, das ist das Problem. Obwohl ihr es vielleicht gar nicht merkt. Aber ich sehe von euch keinerlei wirklich kritisches Statement, sei es jetzt zu der Flüchtlingsfrage, sei es jetzt zu den ganzen False-Flag-Attacken, die stattfinden, sei es jetzt zum Geldsystem, sei es jetzt zur Ausbeutung durch die Steuern. Und das ist ja eben diese Agenda, die diese Leute wollen. Die wollen ja eine Weltregierung haben, in der jeder Bereich des Lebens der Menschen zentroniert wird. Und auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, ihr werdet jetzt nicht politisch korrekt, sehe ich halt wieder so das gleiche Muster wie in Amerika, dass eben ja, bestimmte Rapper sag ich mal extra dort platziert werden, um eben etwas zu erfüllen. Ja. Plus natürlich diese ganze Pult-Symbolik, die oben drauf kommt und deswegen wollte ich da jetzt mal drauf eingehen und zwar... Darf ich ganz kurz davon darauf eingehen? Du bist jetzt schon 14 Minuten am Stück. Okay. Ich will dir als allererstes vorweg sagen, dass ich dich als Menschen respektieren möchte. Also dass ich wirklich mit dir ein vernünftiges Gespräch führe und mir auch deswegen alle deine Argumente und alles, was du sagst, für mich abführe. Ich könnte jetzt auch so voll von Oberflächen, Oberflächen, nicht von oben herab, so einfach über das, was du sagst, lachen oder sagen, was du Psychose oder sonst irgendwas. Aber ich möchte, dass ich möchte deine Argumente für voll nehmen und darüber reden. Du hast jetzt bis jetzt in eine Richtung gegangen, aber gleichzeitig noch in 15 verschiedene. Was ich grundsätzlich zu dem, was du gerade alles gesagt hast, sagen möchte, ist, guck mal, ich bin 27 Jahre alt, ich war ja 28, 20, wie alt bist du? 30. 30? Ja. Okay, du bist sogar schon, also 87er Jahre alt, bist du sogar, bist sogar 2 Jahre älter als ich. Ich, ähm, ich hab auch, ich weiß nicht, zum Beispiel, diese 9-11-Dokus, die hab ich das erste Mal gesehen, da war ich 14, 15. Da hab ich mich noch ganz cool, gut dran erinnern. Kurz darauf hab ich Arrivals gesehen, ich hab Zeitgeist gesehen, und ich hab diese ganzen Sachen gesehen. Und, äh, ich bin mir zu 1 Million Prozent sicher, also das ist definitiv, ähm, alles okay? Ja? Ich hatte Bescheid gesagt, ne? Alles gut. Okay. Ähm, ich, also wir können über alles diskutieren, ja, ich bin, ich, ich sag, es gibt Lobbyisten, es gibt Menschen, die, äh, ihre, ihre finanzielle Macht, ja, auf jeden Fall dazu nutzen, um politischen Einfluss zu nehmen, oder politischen, äh, politischen Einfluss zu bekommen, ja, ich bin mir, ich bin nicht da, voll auf deiner Welle, dass es Politiker gibt, die, äh, nach Interessen von Menschen handeln, und, äh, wir können auch gerne darüber sprechen, dass die, die amerikanische, in Amerika ist halt die Weltmacht, ne? Das ist, das Big Showbiz, ja, ich bin ein bisschen weit weg davon, ich kann dir nicht sagen, zu 100 Prozent ja, aber ich könnte auch niemand sagen, zu 100 Prozent nein, wir können sehr gerne darüber sprechen, dass, äh, auch in Amerika, dass es dort Künstler gibt, äh, die, äh, wo ich, wenn du die Texte übersetzt, ganz komische Sachen bei rauskommen, ja, und, äh, dass manche Frauen, wie Maradona, Maradona, sag ich, Madonna, und, äh, Lady Gaga, oder so, ja, dass die auf jeden Fall vielleicht auch von einer größeren Industrie dazu genutzt werden, um eine Sexualisierung im frühen Alter zu pushen, Frauen in eine bestimmte Richtung zu lenken und so, das ist alles cool, aber ich glaube, im Thema Deutschrap, ähm, interpretierst du einfach ein Ticken zu viel rein, in dem Sinne, dass, äh, wenn du so ein bisschen über Waffen oder so redest, was du das einmal zu Ende ausführen, ähm, wir Rapper und ich kenne wirklich, ich kann glaube ich an einer Hand erzählen, wie viele Deutschrapper, von allen Deutschrappern, die es in Deutschland gibt, ich bis jetzt noch nicht persönlich von gelernt habe, ja, und das sind wirklich zum Teil viele Leute, die, äh, einfach von der Straße kommen, also nicht von der Straße kommen, weil sie auf der Straße gelebt haben, nach außen, sozial schwächere Gegenden kommen in Deutschland, äh, die die Schule früh abgebrochen haben, einfach Street-Jungs sind, ja, und, äh, vielleicht gar nicht so extrem darüber nachdenken, welche Message die nach außen tragen, sondern vielmehr, äh, einfach Geld verdienen wollen mit Mucke, einfach erfolgreich sein wollen, berühmt sein wollen, geiles Autofahren wollen, äh, Platten verkaufen wollen, ihren Traum erfüllen wollen, in dem Sinne, dass sie auf einer großen Bühne von 2.000, 3.000 Menschen stehen wollen, und, äh, also deswegen hab ich das gemacht, ich hab angefangen Musik zu machen, weil ich meinen Traum erfüllen wollte, weil ich gerne auf der großen Bühne stehen wollte, und jeder, der meinte, der hätte aus irgendeinem anderen Grund angefangen Musik zu machen, der hat nur Scheiße, ja, also ich wollte auf die große Bühne, ich wollte Konzerte spielen, wo 2.000, 3.000 Leute stehen, die mich anfeuern, die mich feiern, ja, und irgendwann ist in mir natürlich auch unter mir Drang entstanden, dass ich einer derjenigen in Deutschland sein will, der ein bisschen was aussagt, die einen sagen ein bisschen mehr aus, die anderen sagen ein bisschen weniger aus, ja, ähm, aber, aber, dass wir bewusst nach der Politik handeln, das ist, ähm, du sagst ja, vielleicht auch unbewusst, wenn jemand etwas unbewusst tut, dann weiß er es halt nicht, dann können wir gerne, dann ist es ein ganz anderes Diskussionsspiel, um das Spielfeld, da können wir gerne darüber diskutieren, dass du sagst, ey, äh, warum seid ihr Rapper so, warum sagt ihr nichts aus, warum labiert ihr nur scheiße in euren Texten, warum gibt es keinen von euch, der sich irgendwie stark macht, gegen dies oder gegen das, ist alles cool, kann man darüber diskutieren, dass Rap vielleicht primitiv ist in deinen Augen, aber zu sagen, ähm, dass diese Logien, Lobbyisten, äh, Elite, wie auch immer du sie nennen magst, ja, Einfluss auf, äh, auf den deutschen Musikmarkt genommen hat, beziehungsweise auf, äh, 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 Rapper, das ist, von sehr weit hergeholt, und ich kann, ich kann leider Gottes dir einfach nichts anderes sagen, als dass es Schwachsinn ist, weil ich, äh, weil ich halt, äh, wirklich alle Menschen kenne, weil ich mich selber kenne, und, äh, weil ich weiß, was Sache ist, und, äh, ja, das ist bis hierhin, äh, meine Antwort auf das, was du bis hierhin gesagt hast. Ja, gut. ja, ich würde dann noch sagen, ja, gerade weil eben die Leute, die davon freuen, einmal Stars zu werden, einmal gewonnen zu werden, werden sie natürlich auch gleich manipulierbar, aber, du hast natürlich immer an deinen Skills gefällt, so, ich weiß, dass du ein guter Rapper bist, so, es gibt andere, so, wenn da jemand zu ihnen kommt, ein Manager, und ihm sagt, äh, drehe mal dieses Video, hier hat schon jemand den Text geschrieben, du wirst ein Superstar, gerade dann wirst du eben auch schon erpressbar und manipulierbar, das hat man eben in den letzten Jahren deutlich gesehen, in Deutschrap, dass plötzlich Dutzende Rapper in den Vertrag bekommen haben, plötzlich hatten die Videos über 10 Millionen Klicks und sie waren alle plötzlich Superstar. Okay, aber bevor du jetzt gleich die richtigen Tiger zum Beweis aus deiner Akte brauchst, willst du dir hier mitgebracht hast, will ich gerne einmal zum Thema Menschlichkeit, würde ich dich zwei Sachen noch fragen, ne? Ja. Hast du schon mal eine Waffe in deiner Hand? Ja, schon mal so. Du besitzt aber nicht? Ja, ich habe auch noch Waffe. Ja, okay. Du weißt, dass eine Waffe sehr schnell, sehr vieles anrichten kann, ne? Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, äh, Silvester mitbekommen, dass irgendwo in Bayern ein, ähm, ich habe nicht mehr. das mitbekommen, da war so ein Typ irgendwie, die haben vor seiner Haustür rumgeböllert, dann hat er ein bisschen mit seiner Waffe rausgegangen und wollte irgendwie in die Luft schießen, ich weiß keine Ahnung, auf jeden Fall hat er ein 16, 17-jähriges Mädchen aus Versinnung in den Kopf geschossen, ne? Er ist gestorben. Eine Waffe ist eine, ist eine toddringende Sache, ja? Und natürlich, wenn du sagst, jeder Mensch hat das Recht, sich zu verteidigen, okay, ja, aber, wenn jeder Mensch in Deutschland das Recht hätte, eine Waffe zu besitzen, du gehst dann grundsätzlich erstmal davon aus, dass jeder Mensch wie du ist und sie wirklich nur im äußersten Notfall einsetzt. Also, wenn du grundsätzlich, wenn grundsätzlich jeder eine Waffe besitzen darf, dann könnte jeder Kriminelle schon mal eine Waffe zu Hause haben, ohne dass er dafür gesetzlich belangt werden kann. Er darf die legal besitzen. Was er jetzt damit legal machen darf, das ist jetzt nochmal Diskussions, das muss man jetzt nochmal breiter fächern und so, ne? Aber du kannst nicht einfach sagen, jeder sollte eine Knarre besitzen. Und Fakt ist auch, natürlich, bei so einer Flüchtlingswelle, wir können uns auch gerne darüber diskutieren, dass die, dass Flüchtlingswellen irgendwo, aus irgendwelchen Gründen, herbeigeführt wurden. Hätte ich dir gerne klarisch mitgebracht, damit ihr euch ein bisschen darüber unterhalten könnt. Aber, Fakt ist, dass wenige, wenige Kilometer von hier, und ich gerade sage, extra wenige Kilometer, weil ich weiß, dass Thailand 10, 11.000 Kilometer entfernt ist und Syrien vielleicht 2, 3.000 Kilometer entfernt ist. Wenige Kilometer von hier entfernt, sind Menschen am Sterben. In Massen. Und das ist nicht nur irgendwas, was dir gezeigt wird, was passiert wirklich. Und diese Menschen haben, also du musst dir vorstellen, wir sind jetzt hier in Deutschland, wir haben unfassbare Privilegien hier in Deutschland. Wir haben alles. Wir haben immer was zu essen, wir haben immer was zu trinken, wir stehen morgens auf, wir können, wir haben eine perfekte Infrastruktur, wir haben Straßenbahn, wir haben Bus, wir haben Auto, wir haben, ich habe eine fette S-Klasse mit Long-Version hier vor der Tür stehen und wir sitzen hier gerade in einem persischen Restaurant in Berlin, Charlottenburg und wir haben gerade für bestimmt 200 Euro gegessen und wenn heute, von heute auf morgen hier auf einmal alles vorbei wird, weil dir ein Krieg ausbricht, weil dir einfach Bomben reinhageln und Menschen sterben, die du gerne hast, die du liebst und das einzige, was in deinem Körper nur noch drin ist, Überlebenswille ist. Du willst einfach überleben. Du willst jetzt nicht sterben. Du willst überleben. So. Dann verpissst du dich von mir. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn, also, lass mich das richtig ausdrücken, wenn wir 2 Millionen Menschen aufnehmen und davon 1,9 Millionen Menschen retten, aber dafür in Kauf nehmen müssen, dass 100.000 Hurensöhne hierher kommen, dann rette ich lieber 1,9 Millionen Menschen und nehme 100.000 Hurensöhne in Kauf, als aus Angst vor diesen 100.000 Hurensöhnen 1,9 Millionen Menschen verretten zu lassen. Vor allem, vor allem, wenn ich durch meine Politik und durch meinen Waffenexport dafür gesorgt habe, dass diese Dinge überhaupt passieren können. Dann muss ich mit diesen 100.000 Hurensöhnen leben und dann nicht Angst haben, um eine Tür zu machen und sagen, hey, jetzt kommt hier keiner mehr rein, die sollen alle verrecken da rum. Das ist meine Idee. Aber wie wäre es, wenn du zum Beispiel jetzt den Politikern keine Steuern mehr zahlst, dann kann die auch diese Waffenexporte nicht mehr durchführen. Was wäre das für eine Idee? Das wäre ein Super. Keine Steuern sein, bin ich immer dabei. Das sind wir uns schon einig, weißt du, dafür stehe ich ja ein, ich bin ja Anarchist, ich sage, keiner hat das Recht gegen Herrschaft oder Zwang auszüge und die Regierung darf das auch nicht, nur weil sie sich in Regierung hält. Ich diskutiere auch mit meinem Bruder, der ist Sanat, der ist ein richtiger, gerade Auszüge, der ist Gibbon Assafs gewesen und der ist ein infigrierter Iraner. Ich habe ihn auch gerade jetzt, wo ich jetzt seit ein paar Jahren Geld verdiene und mich mit den ganzen Steuern-Scheiß auseinandersetzen muss und ohne Hände Steuern bezahle und er merkt mich oft mit ihm. Ich sage zu ihm, weil er mich auch mit ihm und so sagt, ey Dicker, du musst dir die Steuern ordentlich machen, die ficken mich, die nehmen alles weg und du kommst am Finanzamt nicht vorbei und hier und da. Und ich habe ihn irgendwann mal, ich kann mich noch sehr gut erinnern, verpacken, aber ich habe gesagt, warum ist das so? Was ist das für ein Steuersatz? So viel Prozent von meinem Geld für was? Wieso? Warum? Und du sagst, top und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es nicht so geht, aber nicht so ist, aber da hat er mich auch ganz plausibel erklärt, er sagt, Pam, wir leben in einem Land, wo wir Steuern zahlen und dadurch, dass wir diese Steuern bezahlen, können wir aber in so einem Land leben. Ja, ich weiß, das stimmt, aber die Straßen von uns sind gerade gebaut, die Autobahnen sind geil, alles ist perfekt. Die Autobahnen, wo lebst du? Es gibt Sozialhilfe, es gibt tausende Sachen, also das ist eine, hier in diesem Land ist eine vernünftige Infrastruktur, wir haben alles, was wir brauchen und das kommt davon, dass Steuern bezahlt werden und ich weiß nicht, wie viele Länder du gesehen hast, aber bist du schon viel rumgekommen? Ja, es geht, also, also, ich war in meinem Leben schon in Amerika, ich war in Iran, ich war in der Türkei, ich war in Frankreich, ich war in Europa, war in jedem Land, ich war in Thailand, Kambodscha, was ich weiß, wo ich schon mal war, ja, und ich habe wirklich, ich war in dem Emiraten, ich war in sehr vielen Ländern gewesen, ja, und ich habe auch noch vor, inschallah, so Gott will, noch einige Länder zu bereisen, ich bin gläubig übrigens, wie das ist, was ich jetzt hier eingebrochen habe, und ich habe viele Länder gesehen, und ich bin letztens noch durch Deutschland, über Polen und Tschechien in die Slowakei gefahren, und ich sagte, ich war auf der polnischen Autobahn, und danach war ich auf der tschechischen Autobahn, und danach war ich in der Slowakei, und dementsprechend kann ich dir sagen, dass die deutschen Autobahnen sehr gut sind, also bei der Saison und nach, und es gibt viele Länder, die haben nicht, dass du das Deutschland hast, und mein Wulad-Investitionen hat gesagt, Deutschland funktioniert, also so, weil es hier ein Steuersystem gibt, nein, das stimmt wirklich nicht, also Deutschland funktioniert so, weil wir hier lange Zeit, der freie Marktwirtschaft haben, nach Ludwig Erhard, das hatten wir relativ geringen Steuersatz, und wir haben eben auch noch, Gott sei Dank, auf vielen Gebieten, freie Marktwirtschaft, überall da, wo der Staat was regelt, funktioniert, also wir haben da auch Stau auf den Straßen, in anderen Ländern ist es noch schlimmer, weil er eben auch ein sehr mächtiger Staat ist, dann unser Gesundheitssystem funktioniert, nicht so, die Leute werden immer kranker, die Krankenkassen sind verschuldet, du hast immer längere Wartezeiten, sobald du zum Arzt musst, hast du ein Problem. Der Lebensmittelmarkt ist eigentlich relativ frei, da kannst du einfach in den Laden gehen, hier lebst du, sobald du krank bist, hast du ein Problem, warum, weil sich der Staat nicht mehr macht, wo du die Länder, wo du reingereist bist, Tschechien und so, das sind kommunistische Staaten, da hat sich für Jahrzehnte, da hat sich der Staat, da um alles gekümmert, und deswegen ging auch alles bergab, der Punkt ist, dass zentralistische Planung von oben, das heißt, hier in Deutschland, gibst du schon großen Teil an die Politiker ab, und die verteilen das Geld dann neu um, also an die Sozialhilfe, an die Polizei, an die Straßen und so weiter, aber wie man sieht, hat es nicht funktioniert in der Sowjetunion, weil da hat sich sogar der Staat um die Lebensmittelmarkt, und um die Autos hat er sich auch gekümmert, und da hattest du den Trabi, auf den musstest du 20 Jahre warten teilweise, und du hattest Schlangen vor den, ja, vor den Läden, wo es Lebensmittelmarkt gab, das heißt, überall, wo sich der Staat um etwas kümmern, versagt er, und deswegen, das ist einfach der Grund, warum Kommunismus nicht funktioniert, Was bedeutet für Anarchistische, Großkampf, was Anarchistische, also ich weiß es nicht, Also ich sage, ich lehne jegliche Art von Herrscher und Scham, das heißt, niemand hat das Recht, über mich zu herrschen, über mich und meine Schmerzen, das heißt, niemand hat das Recht, mir mein Eigentum wegzunehmen, jemand hat das Recht, mich zu etwas zu zwingen, und natürlich, niemand hat das Recht, mir zu schaden körperlich, all das wird vom Staat gebrochen, all diese Rechte, zwischenmenschlich auch immer funktionieren, also weißt du, du würdest mich jetzt nicht ausrauben, und ich würde dich nicht in deinem Messer abstecken, also ich habe gerade, ich habe dir gerade das Beispiel genannt, wir hatten gerade die Aufnahme abgebrochen, dass du gesagt hast, du lädst das eigentlich ab, Herrscher vom Staat und so, und ich habe gesagt, okay, was wäre jetzt, wenn wir jetzt aufstehen würden, und dich totschlagen würden, dann würdest du die Polizei rufen, hast du gesagt, dadurch, dass ich Steuern zahle, wäre es ja auch mein Recht, dass ich die Polizei rufe, aber trotzdem habe ich dich gefragt, was wäre denn die Alternative, dazu, das hast du mir gesagt, private Sicherheit, Gated Communities, einfach, einerseits natürlich auch Selbstverteidigung, und natürlich andererseits, dass du private Leute engagierst, die, die, ja, dass ihre Leistung von dir selber freiwillig in Anspruch genommen wird, und das ist eben der Unterschied zwischen Markt und Herrschaft, also Markt ist, ich gehe freiwillig zu dir, und will etwas mit dir tauschen, entweder eine Dienstleistung, oder ein Produkt, und Zwang ist, jemand kommt zu dir und sagt, du hast diese Leistung jetzt zu akzeptieren, die ich dir bringe, verstehst du? Jo. Das ist doch logisch, oder? Genau. Nicht ganz, aber ich lasse es mal so stehen. Wieso nicht? Ja, weil, ich, ich finde es halt, ich finde es echt, ja, es ist krank, aber okay, okay, aber gleichzeitig müssen wir trotzdem gegensteuern. Was heißt, ich bin gegensteuern? Ich bin gegen alles, was mir mein Geld aus der Tasche zieht, weil ich gerne so viel wie möglich davon behalten möchte, aber ich verstehe, warum ich sie bezahlen muss. Aber es war tatsächlich, und ich verstehe, warum ich sie bezahlen muss. Also du bist doch politisch korrekt, ja. Wenn du mich politisch korrekt nennen willst, du bist politisch korrekt, kein Problem. Okay, also zumindest kamen diese Leute in diesen Logen, das, was ich gerade erzähle, relativ gut verstanden. Deswegen ist es so interessant, weil sie wissen, dass jeder Mensch naturgegebene Rechte hat und nicht einfach bestohlen werden darf. Also du meinst, dass die Leute in diesen Logen, in der Elite quasi das wissen und deswegen über diese Gesetze stehen und frei sind? Ja, genau. Also sie benutzen diese Gesetze, um gegen die Leute zu arbeiten. Das heißt, sie benutzen ja immer den Staat, um die Leute auszutreten. Und sehen auch zum Beispiel das Militär und die Polizei. Da gibt es auch Insiderberichte wirklich als ihre Mutiertung. Also sie bezeichnen sie als Leute, die in ihrem Besitz sind und die eigentlich überhaupt keine Menschen sind für sie. die in ihrem Besitz sind. Hast du die Film Matrix geguckt? Ja, klar. Gefällt dir die? Ja. Das ist ein geiler Film. Musst du mal mein Video zu anschauen. Zum Matrix aus dem Video. Ja, genau. Weil diese Leute nennen einen Begriff, den sie benutzen für die normale Bevölkerung ist die Toten. Weil die Toten haben überhaupt kein Bewusstsein. Können nicht, können einfach nicht ihre zwei Gehirnhälften gleichzeitig aktivieren und verstehen, warum Herrschaft nicht funktioniert und was der Unterschied ist zwischen richtig und falsch. Und deswegen sagen eben die Leute, ja geil, ich zahle gerne die Steuern. Und als Konsequenz kriegen sie dann wieder die Kriege und das ganze Chaos. Und deswegen kennen diese Leute, die Leute in den Logen kennen einfach diese Gesetze und wenden sie gegen dich an und kommunizieren eben über diese Handzeichen und über diese versteckte Symbolik. Wir haben jetzt mit dem Logen geredet. Komm, lass mal jetzt zu dem Vorbild. Weil es eben um verstecktes Wissen handelt. Das ist genau Okkultismus. Es geht um verstecktes Wissen. Sie haben Wissen, das du nicht hast. Und das deuten sie eben mit bestimmter Symbolik an. Und hier haben wir, da würde ich dich gerne fragen, also hier ist Desperatus 2. Da hast du mir auch vorhin schon die Geschichte erzählt und vielleicht kannst du es auch nochmal erzählen. Wir haben hier eben dieses Handzeichen, das wir sehr, sehr oft in der amerikanischen Nordallkunde sind. Die sehen uns zwar hundertfach. Vielleicht ist es in die Kamera. Ja, oder es ist für mich. Mit dem, genau. Alten kann man machen. Einzelnen. Und was ich, was ich... Warum hast du den Bosch jetzt wieder da reingezogen? Ja, nicht so, nicht so wichtig. Aber mich hat es auch begründet, dass er dieses Handzeichen auch machen muss. Das ist noch ein Holzberg. So, die Sixth Station. Okay, warte, warte. Warte. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Okay. Okay. Der Punkt ist der, die Sprüche ist sehr rütersprüchlich. Das solltest du gerne mal dem Publikum erklären. Du hast vor drei Jahren gerappt, dass dieses Zeichen und es scheint, wo den islamischen Satan steht. Das ist so, dass man das Zeichen doch machen darf. Und dann noch mit dem Bezug aufs eine Auge. Also spricht er von dem Typ als einäugend im Islam. Ja. Du meinst den Dajjal? Ja. Den Antichristen. Ja. Ja. Er redet vom Schaitan und formt die Finger zum Kreis. Der Junge lässt gerade über Gott in seinen Behindertenlein. Das war die Zeit. Du machst jetzt übrigens alte Wunden wieder auf, die wir schon lange vergessen haben. Es gibt zwischen uns keinen aktiven Brief mehr. Deswegen wollen wir das dadurch jetzt mal nicht aufkochen lassen. Aber du hast jetzt das Thema aufgemacht. Ich weiß nicht. Erstmal in diesem Video hier unten bin ich ganze sechs Jahre jünger und hübscher als heute. Als allererstes. und zweitens er redet vom Schaitan vor die Finger zum Kreis. Der Junge lästert über Gott in seinen Behindertenlein. Hafter zu der Zeit als jemand, der eigentlich auch einen islamischen Hintergrund hat und ein Kenneck ist, so wie ich und wir alle hier. Er hat dieses Zeichen in seinen Videos gemacht und hat aber in dem Moment halt auch wirklich ganz bewusst damit gespielt und Sachen gesagt wie Schaitan Flow und Gott sieht alles aber nur bis zum Abend ab Mitternacht kocht das Blut in meinen Adeln. Ich habe es ja schon im Vorgespräch vorhin erklärt. Und er hat halt wirklich darauf angespielt. Und ich bin zu der damaligen Zeit auf jeden Fall ein bisschen wie soll ich das sagen ich war ich war sehr anfällig für sowas. Also dass ich mich von sowas habe provozieren lassen. Ich gesagt habe warum verherrlicht er den Teufel in dem Moment. Dass er den Teufel sagt und dann diesen Zeichen spielt das ist ja eine bewusste Anspielung darauf. Er macht nicht nur die Zeichen sondern sein Text passt in dem Moment auch zu den Zeichen die er macht. Warum spielt man mit sowas? Mir war auch damals wo ich das gerappt habe vollkommen klar dass er nicht zu irgendeiner Loge gehört. Das habe ich ihm nie vorgeworfen. Aber er hat halt damit gespielt. Und ich habe halt gesagt als jemand der auch unserer Glotensrichtung angehört warum macht man sowas? Mittlerweile bin ich so gereift dass ich sage dass jeder sein Glauben und seine Sache so ausleben kann wie er es will und die Hauptaussage die Hauptaussage auch nicht in der ersten Zeile sondern eher in dem der Junge lästert über Gott in seinen behinderten Neins. Und danach ging es auch schon weiter mit anderen Vorwürfen. Ich war da ziemlich hungrig ich habe da ein bisschen attackiert und geschossen von allen Seiten. Aber jetzt nach ein paar Jahren jetzt 2018 hier diese ganzen Zeichen den hier und den hier und hier Rockefeller Rothschiff diese ganzen Filme die die kenne ich seitdem ich 15 16 Jahre alt bin jetzt nach ein paar Jahren das ist für mich schon langweilig geworden also so ein Bild zu sehen wie das hier und dann zu sagen boah dass ich mir ein Pullover irgendwo kaufe von Philip Klein wie in dem Video Murder das hast du auch bestimmt irgendwo hier rausgeholt ja genau komm dass ich mir einen Pullover kaufe und den ich geil finde weil der hat diesen Jeansstoff als Pulli der Pulli hat übrigens auch 1200 Euro gekostet ich habe mir für 1200 Euro ein Problem gekauft in der Stelle also dass ich dass ich mir einen Pulli der mir gefällt nicht kaufen soll nur weil dann dieses Dreieck vorne ist das ist dann für mich schon so behindert geworden das Thema ist für mich jetzt mittlerweile ein bisschen played out ich sage nicht dass es sowas nirgendwo gibt auf der Welt und dass all diese Stars zufällig diese komischen Filme machen ist vielleicht schon ein bisschen komisch vor allem dass der Papst das macht aber es ist halt ich war echt der Papst drauf der macht das sogar mit 2 es ist aber es ist aber nicht es ist von mir keineswegs ich will auf nichts damit hindeuten und du hast auch irgendwas aus der 2 gemacht zum Beispiel die 2 steht für der 2 und ich habe es dir ja gerade schon erklärt ich war bei diesem Fotoshooting gewesen sag ich dir ganz ehrlich und bei diesem Fotoshooting wir haben Fotos gemacht und irgendwann mal hast du dann auch innerhalb von 5 Minuten ungefähr jede Pose durch wie du beim Foto machen kannst du guckst einmal nach links du guckst einmal nach rechts du guckst einmal nach vorne du guckst einmal böse du machst einmal deinen Arm und deinen Kollegen und irgendwann mal hat dir der Fotograf gemacht ey ihr musst euch schon ein bisschen bewegen und ein bisschen Bewegung in die Bilder reinkommen damit die Bilder Ausdruck kriegen und dann haben wir irgendwann mal dieses coole Bild geschossen was davon lebt dass Kianos Auge genau durch diesen Kreis durchguckt so und natürlich als ich dieses Bild geschossen habe habe ich mir angeguckt habe ich gesagt ja wenn wir das jetzt als Cover nehmen und wir fanden es alle geil war sofort klar so die Leute werden direkt mit dem mit der Illuminaren Keule kommen du hast es schon gemerkt ja klar natürlich aber ich denke mir dann auch in dem Sinne irgendwie ey von so weit hergeholt jetzt jeden irgendwie damit zu konfrontieren der einmal dieses Zeichen macht oder einmal irgendwas trägt wo ein Dreieck drauf zu sehen ist ist hier rissig ist nichts womit ich mich noch auseinandersetzen muss beziehungsweise vor allem wenn die Message wenn die Message nicht der Körper mal gar nichts damit zu tun weißt du wenn die Message dann auch noch kompatibel damit ist dann kann man mir wenigstens da kann man mir vorwerfen dass ich bewusst damit spiele aber das ist einfach das ist an dieser Stelle nur ein Bild hast du das neue Video von UFO gesehen? ja genau mit dem ganz offensichtlich er spielt ja ganz offensichtlich damit er spielt damit oder sein Auge er spielt ganz offensichtlich damit ich glaube er findet es cool ich glaube nicht also er findet es cool aber soll er es auch mal den cool finden aber es ist ja es ist ja für mich außer Frage dass keiner dieser Künstler keiner dieser Künstler UFO ist ein Typ aus Kreuzberg der sehr viel Weed raucht und Kudei trinkt ich weiße was ich meine ich bin mir sicher dass keiner dieser deutschen Künstler von irgendeiner Lobby die dazu aufgefordert oder bezahlt wird die Leute die offensichtlich damit spielen mittlerweile im deutschen Web was jetzt auf die Zeit immer öfter vorkommt die machen das einfach weil die es lustig finden damit zu spielen weil die es cool finden weil die vielleicht sogar von Jungs Leuten hier in diese Ecke reingedrückt werden wollen und darauf warten dass solche Videos über sie entstehen wo die dann als Illuminaten bezeichnet werden aber nicht weil die das wirklich sind aber ich will dir noch die Frage stellen du kennst ja erstmal die ganz offensichtlich du sagst du kennst ja zum Beispiel George Bush die Verbindung zu Scarlett Bones zum Beispiel dass er Mitglied war in diesem Club kennst du auch bestimmt schon die Geschichten von den Rockshills und den Rockefellers und so erst mal was hältst du von diesen Leuten bist du die gut oder unterstützt du die oder weil der ihre Verbindungen zu den Geheimgesellschaften sehr klar also auch die Hochschills sehr sehr viele Warenfreimaurer sonst ist ganz klar da stehen diese Organisationen mit eingebunden wenn wir uns jetzt die letzten 200 Jahre angucken was diese Leute alles für Verbrechen begangen hier bin ich noch das ganz offensichtlichste George Bush von Bandierung vom Irak riesiges Verbrechen und du benutzt jetzt quasi diese Zeichen die indirekt darauf hindeuten das heißt auch diese Kreise dieser Leute jetzt stellen wir uns mal vor du hättest da die Nazis haben auch riesige Verbrechen begangen du hättest jetzt da ein Hakenkreuz drauf würdest du dann auch sagen ey da ist einfach nur ein Hakenkreuz drauf aber ich kaufe jetzt trotzdem diesen Poly weil ja der gefällt mir das ist ja irgendwie in sich Widerspruch ich kaufe ich sage das bedeutet alles überhaupt nichts aber dann kaufe ich mir trotzdem was was in Beziehung steht aber ein Hakenkreuz das ist wirklich von jedem Menschen jeder Mensch da draußen weiß was sein Hakenkreuz bedeutet und das ist etwas nur ein Nerd beziehungsweise jemand der sich mit diesem Thema auseinandersetzt sieht in diesem Zeichen jetzt eine Bedrohung aber die Hälfte der also die meisten Menschen die meisten Menschen die diesen Pullover von mir sehen fühlen sich dadurch nicht gestört was ich dir sagen will ist du hast mich gefragt was ich von diesen Menschen halte guck mal es gibt wir können uns über tausend Verschwörungen unterhalten wir können anfangen von Geheimgesellschaften und wir können bei der flachen Erde aufhören an die glaubst du hoffentlich nicht oder okay gut gut wir können uns über Champ Trails und Harp glaubst du an Champ Trails? nee lassen wir jetzt länger nicht ja wir können uns über alles unterhalten über alles alles über alles aber ich glaube einfach nicht mehr alles ich habe früher habe ich alles geglaubt ich wollte auch daran glauben und ich kenne viele Menschen die wollen so etwas glauben weil die ihre Hauptbeschäftigung darin finden an solche Dinge zu glauben und alles in Frage zu stellen und die Welt als den schlimmsten Ort überhaupt irgendwie zu betiteln ich sage dir woran ich glaube und ich sage dir auch was ich scheiße finde es gibt habe ich aber schon am Anfang gesagt es gibt Menschen die Unternehmen denen Unternehmen gehören die sehr viel Geld haben und die durch ihre die unfassbar viel Geld haben ich rede jetzt nicht von hier zwei Millionen oder so unfassbar viel Geld haben und die durch dieses unfassbar viele Geld auf jeden Fall auch eine Macht bei sich bündeln ja und durch dieses unfassbar viele Geld auch politischen Einfluss haben oder die das Bankensystem erschaffen haben oder überhaupt das Geldsystem erschaffen haben die sozusagen ein Monopol auf Geld haben ja ja gibt es gibt es und dass diese Menschen auf der Welt sehr viel zu sagen haben und dass diese Menschen wahrscheinlich auch sehr viele Kriege zu verantworten haben und dass diese Menschen von Kriegen profitieren weil sie an beiden auf beiden Seiten Waffen verkaufen und am Ende des Tages als die Gewinner herausgehen aus dem Krieg weil immer der Waffenverkäufer der Gewinner ins Krieg ist ja das das stimmt alles das ist alles gut aber ich glaube nicht daran dass es so einen Tisch gibt der so lang ist wie dieser Tisch da vorne und dann sitzen da 20 Leute die sich jedes Jahr jedes Jahr einmal im Jahr treffen und dann die Welt regieren jetzt gibt es aber faktisch also ja es kam sogar raus in Italien zum Beispiel mit der P2 Loge dass das ganze Land gesteuert wurde ja bei einer einzigen Loge keine Ahnung wenn ich dir darauf jetzt keine Ahnung wenn ich dir darauf jetzt Hamburg geben würde würde das gefährlichste halbwissen sein ich finde die jetzt ordentlich manche Sachen muss ich dann auch einfach so stehen lassen keine Ahnung weiß ich nicht aber ich bin mir sicher dass es keinen Tisch gibt wo dann so 20 Leute sitzen die die Welt regieren ich denke in jedem Land gibt es mächtige Menschen die viel Geld haben und die ihren Einfluss für negative Dinge nutzen aber ich glaube auch daran dass es Menschen gibt die Macht haben und probieren Positives zu tun und ich glaube dir würde es auch gut tun wenn du auch daran glauben würdest ja gibt es sicherlich mich zum Beispiel ja aber du hast nicht viel Geld und nicht viel Macht ist das Problem ja gut das ist das Problem da bekommst du heute leider nur Geld aber denkst du wirklich dass alle Menschen schlecht sind die in der Politik sind und dass alle Menschen die alle Menschen auch die Geld haben schlecht sind nicht alle die Geld aber die unfassbar viel Geld unfassbar viel Geld haben ja also du glaubst nicht dass du glaubst nicht dass es einen darunter gibt der unfassbar viel Geld hat und positive Absichten verfolgt innerhalb dieser Machtelite garantiert mich nein weil die sind Familien die haben eine sehr lange Tradition einfach von Herrschaft und die leben nicht dafür anderen zu helfen das ist ihr ganzes Wertesystem andere Menschen zu beherrschen da gibt es niemand Guten garantiert nicht also du willst mir jetzt auch nicht erzählen dass so ein Bill Gates oder so eine George Bush Familie dass die ja irgendwie so Gutes drin haben oder so das ist natürlich alles eine sehr geschlossene Sekte und deswegen funktioniert das Ganze auch so gut dieses Herrschaftssystem weil eben alle da gleichgeschaltet werden und alle den selben Ziel arbeiten für mich gibt und wer ist denn deiner Meinung nach aber gibt es ok warte mal also wenn die weil die kontrollieren ja schon das ganze Bankensystem und über das ganze Bankensystem kannst du auch die komplette Industrie kontrollieren und dann ich habe mir ja viel von diesen ganzen Sachen ein bisschen reingezogen es gibt ja auch zum Beispiel diese These dass die Länder die angegriffen wurden in den letzten Jahren von Amerika und von der Elite sozusagen die Länder waren die noch keine Federal Reserve Bank hatten ja das stimmt auch nicht so aber ja aber denkst du dann dass denkst du dann im Umkehrschluss auch dass die Gegner dieser Länder Positives verfolgen ja doch also das stimmt natürlich ja also jetzt nicht unbedingt perfekt aber ich sage gerade nur so also ich bin Iraner meinst du der Iran ist äh ja der Iran nicht aber ich sage mal jetzt zum Beispiel so ein Gaddafi war jetzt sicher auch ein Diktator aber man muss schon sagen dass es den Libiern wirklich besser ging als fast jeden Volk in Afrika genau dann kam Obama und hat das Land zerbombt übrigens war der Deutsche komplett ruhig so keine Art Mucks gemacht und jetzt regt sich plötzlich alle auf über die AfD und Donald Trump so da muss ich mich schon binden aber im Irak ging es auch gut als Saddam Hussein an der Macht war ja kann sein kann sein dass es da so Führer gibt die sage ich mal jetzt nicht gerade vielleicht nicht netzen aber den Elite trotzdem nicht zum Plan passen und die sind die lieber als die Elite ähm ja aber aber ich mag sie auch nicht ich finde sie auch korrupt und schlecht weil ich weiß einfach Herrschaft ist illegitim ja und jeder der probiert über die zu herrschen kann kein hintermensch sein ich meine warum stell dir vor kennst du ja vielleicht auch was die Politiker werden so ich werde schon Politiker werden ich meine es doch in sich schon krank oder ja warum denn wenn ich morgen also ich habe leider Gottes meine Abitur nicht gemacht aber vielleicht willst du was bewegen vielleicht willst du was machen was willst du denn bewirken mit dem Gestorben Geldverhandlung also du gehst zu Leuten und sagst gib mal Geld damit du siehst und siehst das kann man gehören aber nimmst du nicht auch Geld an ja freiwilliger Austausch also wenn du berufst da gehst du zu Leuten hin und fragst sie darf ich bei euch arbeiten und sie sagen ja nein ich frage dich mit deinem Kanal mit dem was du machst mit dem was du in der Öffentlichkeit machst nimmst du nicht auch Gelder und Spenden ja aber ich zwinge niemanden nicht zu bezahlen ja aber die Politiker zwingen ja auch niemanden nicht zu bezahlen ja die erheben Steuern ich glaube ich werde zu bezahlen also wenn jemand einen Wahlkampf führt und Spendenkunden einen Wahlkampf nimmt ist das legitim das ist nicht zu bezahlen ja das ist nicht zu bezahlen nein ja das klingt ja klar aber sobald er aber er hat ja das Ziel über die zu herrschen ja sehr gut okay dann haben wir ein bisschen wohl abgegangen aber wenn wir es noch offensichtlicher haben wollen hat mir ja den gleichen Video ich weiß nicht ob du da einfach ich frage mich einfach wer sich diese Videos danach noch mal anschaut und da hat mir hier diese Szene wo ganz offen Kiyama die 6 sagt und genau dann schneidet der Beat Videoregisseur 2.6 rein Orkan warum hast du das gemacht hier ja cool warum hast du das gemacht du hast schon irgendeinen Befehl bekommen ja ganz ehrlich aber nein sag mal wenn ich dir das nicht genau gewählt bitte nein er fragt mich er fragt mich jetzt warum die Szene Szene 6 warum wer es gut nein nein Kiyama sagt genau an der Stelle ich weiß ich habe das Video gesehen und ich habe mich echt kaputt gelacht ich dachte mir oh mein Gott dieser Junge er hat eigentlich recht weil so ein Zufall mit Textpassage mit Textpassage also sowas passiert nicht mal in 100 Jahren glaube ich eben das Problem ist dass es wirklich aus Zufall passiert ich meine ich kann es dir natürlich jetzt nicht so belegen oder beweisen aber ich kann dir sagen wie der Ablauf war also der Mann hat das Video gedreht und das Video geschnitten aber korrekt hast du das so gut erkannt genau also das ist wirklich unfassbar was für ein Zufall das war wir sind hochgelaufen in diesem Knast was wir angemietet haben und wo wir auch noch zwei Stunden auf jeden Fall irgendwie zu spät gekommen sind äh und das für vier Stunden irgendwie gemietet dann sind wir nach oben gelaufen und wir haben uns irgendeine Zelle ausgesucht die irgendwie noch einigermaßen cool stand im Raum vom Gang her dass man auch im Hintergrund willst du das jetzt gerade echt erklären Alter auf jeden Fall ist es egal auf jeden Fall das ist krasser Zufall aber auf jeden Fall sehr sehr gut erkannt das hätte ich nicht in 100 Jahren rausgehört das ist dieser Fix mit auf jeden Fall ja wir haben die Zelle 66 und in dem Moment sagt ja das ist die Zelle 66 und in dem Moment sagt glaube ich 6 Salben sagt der glaube ich 6 Salben ich baller mit 6 Salben bei einem Drecksgang auf jeden Fall dann bist du zu diesem 666 Schluss gekommen und 666 ist der Code für was? das ist die offene Zahl des Tieres also das ist die Zahl der Satanismus weil du mit den Jüden die Satanismus symbolisiert 666 ich sag das war ein Zufall sorry war ein Zufall aber richtig komisch ja guck mal Dika willst du eigentlich also das ist ja jetzt die Frage das ist doch so das neue Video von Bowser zum Beispiel ob der jetzt plötzlich auch mit die Ziffer 666 die sagen es ja ganz klar du sagst dass wir die Zelle 666 genommen haben und das dann kianisch rauskommt und 6 sagt und deswegen dass 3 6 dann zusammenpasst die Sache ist die Leute ein bisschen ruhiger bitte die Sache ist ähm sagst du dass diese Elite Satanisten sind? ja also die glauben an den Sapa? ähm dunkle Okkultisten das heißt sie benutzen verstecktes Wissen um andere Menschen zu steuern und zu beherrschen was für ein Verständnis ist? die Satanismus ist eine Ursache von dann von jetzt wird sie das auch also da gibt es ja eine offizielle Organisation dazu die heißt Church of Satan und äh die verfolgt den wesentlichen denkst du es gibt den Sapa? ja ähm ja also diese Leute glauben ja gar nicht an die Religion und sie wissen auch dass die Religion nur Sachen sind die man den Leuten vorsetzt sie wissen sie verstehen unter Satan einfach eine ähm ja bremsende Kraft im Universum das heißt es gibt die gute Kraft die schafft also Leute die arbeiten die ähm etwas aufbauen die etwas kreieren und es gibt die zerstörerische Kraft und das ähm ist aus dem hebräischen der Gegenspieler heißt Hashatan und an den glauben sie das heißt es ist mehr eine Idee an die sie glauben sie glauben nicht an dieses Hobus Hobus aus den Religionen und sie glauben glaubst du dass die durch diese durch diesen Glauben an den Satan und an diesen Okkultismus dass sie dadurch wirklich in der Lage bin sagen wir mal übernatürliche Fähigkeiten Nein, 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 nein absolut nicht das glaube ich nicht aber es geht ähm kannst du dir auch einen Vortrag angucken von Marc Pesio der ist da ausgestiegen es geht im Satanismus nur darum dass du als Ego als ähm als Individuum deine Ziele erreichst deine Bedürfnisse befriedigst und das ohne das ist der Punkt ohne Rücksicht auf andere das heißt es ist eine Art Sozialdarwinismus an das die glauben das heißt glaubst du an Gott ähm ja also ich glaube an eine schöpferische Kraft die es gibt aber ich glaube ähm die findet man nicht in irgendwelchen Religionen sondern du musst man einfach ähm durch sein eigenes Wissen so erschließen ähm ja ich bin religiös ja also wenn ich dir jetzt sage dass ich gläubiger Muslim bin dann widerspricht sich das auf jeden Fall mit diesem Sadanscheiß oder nee weil diese Leute geben den Leuten ja die Religion ähm das war eben hast du dir haben die Religion gegeben genau ja auch mit den Menschen guck du hast diese Leute hast dir mit was die arbeiten Okkultismus Okkultismus bedeutet verstecktes Wissen das heißt diese Leute arbeiten nur mit Wissen während sie anderen Leuten Glauben geben an bestimmte Sachen und da und Religion ist nicht nur ähm ich glaube an den Koran und ich glaube an die Bibel und ich glaube an die Tora Religion ist auch ich glaube dass jemand das Recht hat mir 70% meines Einkommens wegzunehmen ich kann ja auch mein Glauben ich kann in meiner Religion im Islam ganz rationales lernen Ok willst du das jetzt? äh 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 ich kann du sagst du sagst dass mein Glauben von irgendwelchen Satanisten erfunden wurde das ist eigentlich vielleicht beleidigend für mich aber die wollen ja jetzt sattlich bleiben und äh aber andere auch von daher ja gut also du brauchst eine Produktivbeleidigung ähm aber ich kann dir äh ich kann dir auf rationale Art und Weise erklären warum ich an den Islam glaube ok darf ich ja ähm also wir fangen wir an ja jetzt geht es das Thema Religion das ist schon sehr ich weiß nicht ob wir das alles überhaupt erzählen diese Gespräche haben aber ähm wenn er über alles geht ok glaubst du dass die Welt hast du du hast mich jetzt gerade zitiert glaubt also du glaubst an eine schöpferische Kraft ja das kannst du dir ähm das kannst du dir logisch beantworten das alles durch Zufall entstanden ist geht ja nicht ja also du glaubst an die Kausalität genau Ursache Wirkung ja du glaubst daran dass also wenn ich dir diese Kamera ein Schöpfer hat genau richtig das ist schön da sind wir schon mal auf einer Linie das ist gut weil wenn ich dir zum Beispiel dieses Blatt hier geben würde und ich dir sagen würde diese Bilder sind auf diesem Blatt von selbst drauf gekommen wäre das für dich nicht mal Diskussionsgegenstand du würdest mich für ein Irren halten ja genau so aber es gibt viele Menschen die sagen die Welt ist durch Zufall entstanden das Problem ist wenn etwas durch Zufall entsteht unterliegt es ja den Chaos ja und äh allein die Tatsache dass die Welt eine Perfektion ist also wirklich allein von der Position der Sonne her bis hin zu der Atomkerlkraft die unsere Erde zusammenhält und allem drum und dran ja weiß man einfach die Erde äh wurde ist perfekt da müssen nur kleine Gegebenheiten anders sein die Erde müsste sich in weniger als 24 Stunden oder mehr als 24 Stunden um und sich drehen verstehst du dass Tag und Nacht wird dann wäre schon ein Leben auf der Erde nicht möglich tausende Kleinigkeiten man kann bis ins Verhalten der Ameisen gehen und du findest in allem eine Perfektion und etwas Perfektes kann nicht durch Zufall entstehen ja bin ich auch so ähm ähm wenn ich ein Kartendeck in die Luft werfen würde und du kommst jetzt in einen Raum rein und die Karten sind zufällig auf dem Boden verteilt dann ist es nichts besonderes aber wenn ich dir sagen würde ich habe das Kartendeck in die Luft geworfen da ist ein perfektes Kartenhaus entstanden dann müsstest du mir sagen ich bin ein Idiot so da sind wir schon mal auf einer Linie aber wenn ein Schöpfer eine perfekte Welt erschaffen hat ja denkst du auch dass der Mensch erschaffen wurde also die Welt also wenn die Welt erschaffen wurde dann sind wir auch also sind wir auch auf einer Linie wenn ich dir sage dass der Mensch auch irgendwo eine Perfektion gewesen ist weil wir sind die Einzige wir sind das Einzige Wesen auf der Welt was ein äh ein Verstand besitzt in dem Sinne dass wir miteinander reden können eine Sprache haben und äh ich bin auf jeden Fall auch dafür dafür dass Tiere auch Gefühle haben und ein ein Verstand irgendwo besitzen aber nicht so wie wir Menschen also wir Menschen wir sind was Einzigartiges und warum sind wir Menschen gerade wir Menschen damit gesegnet etwas Einzigartiges zu sein da ist jetzt der Punkt wo sich die Wege trennen weil ich sage wenn die Welt von etwas Schöpferischem perfekt erschaffen wurde und der Mensch dann auch erschaffen wurde wurde der Mensch in Sinnlosigkeit erschaffen einfach so der wurde einfach erschaffen so eine perfekte Welt wird erschaffen und so ein perfekter Mensch wird erschaffen der wurde einfach in Sinnlosigkeit erschaffen eben nicht genau ich glaube ja nicht dass er in Sinnlosigkeit erschaffen wurde genau ich glaube ja eben dass der Mensch ein endliches Potenzial hat das ist ja genau der Punkt aber er muss sich eben an bestimmte Bedingungen halten die hier auch gegeben würde das sagen die Religionen als du sollst nicht stehlen du sollst warum geht es gar nicht das ist alles für mich das ist alles das sagt mir meine Menschlichkeit schon sowieso das ist für mich nicht das ist für mich nicht der Beweis für eine Religion also wenn ich sage dass ich an meine Religion glaube und von meiner Religion überzeugt bin dann kann ich dir das sagen weil ich das für mich selber rational beweisen kann und jetzt machen wir den Punkt weil ich gerade stehen geblieben bin dass ich nicht der Meinung bin dass der Mensch in Sinnlosigkeit erschaffen wurde und wenn der Schöpfer eine perfekte Welt erschafft und ein Mensch der auch so in sich perfekt ist zum Beispiel unser Körper unsere Anatomie wenn du die von innen betrachtest wenn du jetzt reingehst ist unser Körper nochmal in sich so aufgebaut wie die Welt aufgebaut ist wir haben Straßen Kanäle Bakterien gute schlechte das ist genau das es ist eine Perfektion und was ich damit sagen will ist so wenn jetzt dieser Schöpfer sagen wir mal wenn jetzt dieser Schöpfer dem Mensch seinen Sinn näher bringen will ok wie macht er das also ich finde es ist schon eine logische Erklärung zu sagen dass er Menschen diese perfekten Menschen die er erschaffen hat dass er bestimmte Menschen dazu dafür genutzt hat um den Menschen ihren Sinn nahe zu legen damit sie nicht in Sinnlosigkeit leben ja diese Menschen die diesen die diesen Sinn nahe gebracht haben ja sind Propheten ja was macht ein Menschen zu einem Propheten ich könnte ja jetzt auch hier sitzen und sagen ich bin ein Prophet aber kann ich nicht was hat was hat die Propheten ausgemacht was macht ein Propheten aus ein Prophet ist jemand der ein Atogesetz brechen kann ok der etwas Unnachahmbares machen kann ok so da gibt es zum Beispiel den Propheten also für uns auch ein Propheten für uns Muslime auch aber den Propheten der die Tora sozusagen herabgesandt hat für die Menschen herabgesandt von Gott aber den Tora übermittelt hat für Gott ja das ist bei den Christen Moses bei uns Muslim heißt Musa alles und ähm äh was hat er zum Beispiel gemacht er hat das mehr geteilt gespaltet ja oder es gibt eine reden wir jetzt von Noah mit oder wir reden jetzt gerade von Moses ja er hat das mehr geteilt als der Pharao ihn verfolgt hat hast du das gesehen oder dazu kommen wir ja gleich ja dazu kommen wir gleich perfekt das ist eine Vorlage die Steinvorlage aber er hat das mehr geteilt und es gibt zum Beispiel auch eine Geschichte in allen religiösen Büchern dass er auf eine Versammlung der Zauberer damals in seiner Zeit waren die Zauberer zum Beispiel ähm war die Zeit der Zauberer so die haben irgendwelche Tricks gemacht und was weiß ich noch gab es eben eine Versammlung von Zauberern die haben irgendwelche Stricke auf den Boden geworfen die dann so aussahen wie Schlangen und dann kam er und hat seinen Stock oder Strick auf den Boden geworfen der wurde dann zu einer Schlange also er hat Naturgesetze gebrochen ja und Gott hat die Menschen immer genau an dem Punkt angesprochen an dem sie gerade bewandert waren zu der Zeit wo die Menschen so auf Zauberei abgingen und irgendwelche Tricks gemacht haben hat er denen einen Propheten geschickt der alles getoppt hat was die je gesehen haben und es war unnachahmbar ja genauso wie zur Zeit von Jesus der zweiten Religion des Christentums als die Bibelherr abgesandt wurde ja das war die Zeit wo es die ersten Hebammen gab Hebammen Medizin wo die Medizin im Kommen war wo die ersten Kräutermischungen gemacht wurden und was weiß ich was irgendwelche Menschen gehalten wurden mit keine Ahnung was ja und zu dieser Zeit hat Gott den Menschen einen Propheten geschickt oder mit einem Wunder ausgestattet er hat diese Propheten mit Wundern ausgestattet die unnachahmbar waren er konnte zum Beispiel Blünde mit seiner Hand einfach wieder sehen machen und er hat einen Toten zum Leben erdeckt aber wo sind wir jetzt wo ist das Problem jetzt das ist genau das was du gerade gesagt hast hast du es gesehen ich habe es nicht gesehen und deswegen hat ein Christ beziehungsweise und ein Jude laut meiner Auslegung vom Glauben auch keinen Beweis für seine Religion warum weil die Wunder dieser Propheten waren für ihr Volk gedacht die Menschen haben diese Wunder gesehen mit ihren eigenen Augen und haben es nicht mehr angezweifelt also wenn jetzt wenn jetzt gleich jemand kommen würde und ein Meer vor dir spalten würde würdest du ja nicht mehr anzweifeln dass er ein Prophet Gottes ist würdest du das noch anzweifeln wenn jemand vor dir das Meer spalten würde oder einen Toten zum Leben erwecken würde ich würde es nicht anzweifeln also das sind Wunder das sind Wunder fürs Auge gewesen ok aber diese Propheten und auch die Religion die diese Propheten mitgebracht haben waren nur für ihr Volk bestimmt und nicht fürs Ende der Menschheit bis zum Ende der Menschheit und ich habe dir gerade erklärt dass die Propheten immer zu der Zeit die Menschen also dass Gott die Propheten immer mit Wundern ausgestattet hat die für die Zeit das worauf die Menschen gerade krass geguckt haben ja dass sie sofort toppen konnte was diese Menschen gerade konnten ja jetzt kommen wir zu den Arabern zu der letzten Religion zu der Religion an die ich glaube ok das ist die letzte Religion jetzt kommt der letzte Prophet mit der letzten Botschaft mit einer Religion die bis zum Ende bis zum jüngsten Tag wie wir es sagen ja da sein sollen und nicht mehr verändert werden sollen das ist die unveränderte Religion die auch nicht mehr geupdatet wird die ist für immer bis zum Ende ja was braucht dieser Prophet dann für ein Wunder dieser Prophet braucht ein Wunder das zeitlich nicht begrenzt ist die Wunder dieser Propheten vorher waren zeitlich begrenzt Moses hat das Meer geteilt die Leute haben es gesehen ich kann jetzt nicht mehr zu dem Meer gehen welches er geteilt hat um zu gucken ob er es mal geteilt hat ich muss es glauben oder ich glaube es nicht genauso wie Jesus unser Prophet brauchte also ein Wunder welches zeitlich unbegrenzt ist und jetzt gucken wir uns die Araber an zu der Zeit Mohammed war ein Arab ok falls du nicht wusste war ein Arab ok und die Araber zu der Zeit von Mohammed waren ein Beduinenvolk die hatten gar nichts die hatten weder politische Macht noch hatten die Waffen noch hatten die hatten nichts gar nichts das einzige was sie hatten war ihre Sprache das war das einzige was sie hatten das einzige worin sie wirklich gut waren war ihre Sprache und sie waren eingekesselt sozusagen von Persern Persern waren Großmacht meine Vorfahren Blüzer auf der anderen Seite und die waren einfach auf ihrem kleinen Boden und hatten nichts anderes als ihre Sprache und ihre Sprache war auch frei von Einfluss ok also ihre Sprache konnte nicht beeinflussen die haben auch jede andere Fremdsprache ausgelacht und die Araber waren damals sehr bewandert in der Poesie das waren die besten Dichter ihrer Zeit die haben sich oft das kann ich sehr gut nachvollziehen als Rapper die haben sich auf der Straße gegenseitig mit Poesie gebettelt sozusagen natürlich nicht so primitiv wie wir Rapper aber die haben sich mit Poesie gegenseitig runter gemacht mit krassen Gedichten und was weiß ich was und zu der Zeit hat Gott den unseren Propheten mit einem Wunder ausgestattet welches zeitlich unbegrenzt war also unser Prophet hatte kein Wunder fürs Auge er hat kein Meer gespalten oder irgendeinen Toten zum Leben erweckt wie es Jesus getan hat woran ich glaube ich glaube daran weil unser Prophet und unser Buch das sagt aber unser Buch woran ich am Ende des Tages glaube muss mir einen rationalen Beweis für mich liefern den ich nachvollziehen kann dass ich daran glaube und dann glaube ich auch an alles was in diesem Buch steht und in diesem Buch steht auch dass Moses das Meer geteilt hat und in diesem Buch steht auch dass Jesus die Toten lebend gemacht hat ich brauche nur einen Beweis dafür dass dieses Buch von Gott ist danach glaube ich alles was in diesem Buch steht fertig aus ja so und Mohammed war Analphabet das können wir aber auch das können wir aber auch das kannst du ja nicht beweisen dass er Analphabet war das kann finde ich auch ein Märchen sein meinetwegen ja Fakt ist er kam mit etwas also damit ich das kurz festlege unser Wunder dieses Wunder was zeitlich unbegrenzt war war der Koran einfach nur ein Buch ein Buch ein Buch aber warum war der Koran ein Wunder weil der Koran jegliches die Sprache des Menschen unterliegt auch Gesetzen und der Koran bricht jegliches Naturgesetz der Sprache jegliches Gesetz und unser Prophet Mohammed ist damals gekommen hat nur angefangen aus dem Koran zu rezitieren ja und die Menschen haben sofort gesagt das kann von keinem Menschen gekommen sein warum erkläre ich dir jetzt ganz rational die Sprachgattung des Menschen also die Sprache des Menschen unterliegt zwei Sprachgattungen Prosa und Lyrik ok das ist die einzige Art und Weise wie der Mensch sprechen kann das was ich jetzt gerade mit dir mache ist Prosa ich unterhalte mich mit dir ich erkläre dir etwas ich rede mit dir über diese komischen Themen über die wir uns hier unterhalten über alles das ist Prosa ok und es gibt Lyrik Lyrik bedeutet das was ich mache Raps Rhetorik Dichte Emotionen Gedichte mit Reimen verpackt ja was der Mensch aber nicht kann und nie können wird es ist Fakt ja ist beides auf einem Niveau stattfinden zu lassen und das kann ich dir das kann ich dir das kann ich bestätigen als Rapper das heißt beispielsweise du sagst jetzt zu mir ok das ist eine echte Pflanze das ist kein Plastik du sagst jetzt zu mir schreib mir ein Buch über diese Pflanze ich will dass du mir diese Pflanze wie ein Biologe perfekt erklärst perfekt ja das ist Prosa schreib mir dann ein Buch über diese Pflanze wo ich dir diese Pflanze erkläre wie ein Biologe und da steht kein Schwachsinn drin das ist perfekt erklärt jetzt sagst du zu mir ich will dass du mir diese Pflanze perfekt erklärst aber ich möchte noch dass sich dieses biologische Buch über diese Pflanze perfekt reimt perfekt es muss in der Prosa und in der Lyrik auf einem Niveau stattfinden da darf auch kein Zwecksreim drin sein oder sonst was der Sinn darf dadurch dass du Reime verwendest nicht in einer Sekunde leiden es muss perfekt sein es muss beides auf einem Niveau stattfinden das werde ich nicht können ich werde entweder die Lyrik leiden lassen damit ich die Prosa perfekt bringe und dir die Informationswiedergabe über diese Pflanze perfekt rüberbringe oder ich werde die Informationswiedergabe über diese Pflanze leiden lassen damit ich ein bisschen Rhetorik und Lyrik und Reime da reinbringe kann ich dir als Rapper perfekt bestätigen es ist sehr es ist nicht möglich dass beides 100% perfekt auf einem Niveau stattfindet der Koran ist das einzige Buch auf der Welt das einzige Buch das haben Sprachwissenschaftler bestätigt wenn du willst kannst du dich mit Sprachwissenschaftlern zusammensetzen am besten sogar arabische Sprachwissenschaftler die bestätigen der Koran ist das einzige Buch welches weder Prosa noch Lyrik ist sondern ein einzigartiger Mix von beiden ok die arabische Sprache unterliegt 12 Reihenrhythmen es gibt in der arabischen Sprache 12 Reihenrhythmen ok und der Koran ist das einzige Buch welches in keinem dieser Reihenrhythmen spielt es hat einen komplett eigenen Reihenrhythmen und ist in der Informationswiedergabe perfekt das ist jetzt für dich wenn ich jetzt einen arabischen Sprachwissenschaftler hier hätte und einen Koran könnte ich dir das zeigen da gibt es Dinge wenn du dir den Koran anguckst die du dir wirklich anguckst und den verstehst auf Arabisch ja nicht auf Deutsch wenn du ihn auf Deutsch liest wenn du die Übersetzung davon liest geht das Wunder verloren das ist nur eine Übersetzung eine ungefähre Bedeutung der Übersetzung du musst ja in arabischen Sprachwissenschaftlern denn sich dieses Buch mit dir vornehmen und du wirst sehen dass dieses Buch wie ein Code aufgebaut ist perfekt perfekt in den Abschnitten in den Absätzen und in der Bedeutung im Koran wurde vor 1400 Jahren erklärt wie ein Embryo entsteht ok im Bauch der Mutter also ich weiß nicht wie ein Araber der Analphabet ist weil es ist ja so wenn du wenn man sagt der Koran kommt nicht von Gott dann heißt es dass der Prophet unser Prophet Mohammed etwas erdichtet hat sich das ausgedacht hat einfach aufgeschrieben hat ja und wie soll ein Araber vor 1400 Jahren der Analphabet war mir erklären können wie ein Embryo entsteht ja oder dass im Koran steht dass Süßwasser sich nicht mit Salzwasser vermischt ja im Koran steht tausende Dinge die irgendwelche Wissenschaftler in den letzten 100 Jahren festgestellt haben und irgendwelche Nobelpreise dafür bekommen haben und das Ganze in einem Buch was rhetorisch in der Rhetorik in der Lyrik perfekt geschrieben ist ja perfekt ich könnte auch ich könnte auch das Thema noch mit dir jetzt ja ich würde da noch gerne drauf eingehen weil ich finde es interessant weil ich würde gerne wissen was du dann vom Islam als politische Ideologie eigentlich hältst weil ich weiß zum Beispiel das kennst du Zeigel ja weil da macht man sich ja ich habe schon mal mit einem Rapper gesprochen der mir das erklärt hat und er meinte dann zu mir ich darf nicht in die Öffentlichkeit gehen mit sowas weil da machst du dich bei 80 bis 90 Prozent der Moslems unbeliebt weil er glaubt nur an den Koran und er sagt zum Beispiel meine Frau muss kein Kopftuch tragen weil es gar nicht im Koran steht und weil es nur angeschlossen ist an die Geschichten mit Mohammed und die Hadith ja und da wollte ich dich einfach fragen was du da glaubst ob denn jetzt die Frau dazu gezwungen wird das Kopftuch zu tragen oder ob die es muss weil der Prophet es gesagt hat oder ob du mit dem eigentlich mit 80 oder sagst du weiß weiß ich vielleicht 70 Prozent schwerere dann Zahl zu nennen mit einem großen Teil der Mainstream Moslems nicht einer Meinung bist das würde mich interessieren ich sage dir was für mich feststeht ist dass dieses Buch der Koran von Gott kommt das habe ich dir gerade auch noch nicht perfekt ich kann da noch reingehen wenn ich das hier hätte dann könnte ich dir noch Dinge zeigen die unglaublich sind unglaublich sind wirklich unglaublich sind also für mich steht fest dass dieses Buch von Gott kommt das ist das einzige was für mich feststeht zu 100 Prozent okay ich bin kein 100 Prozent praktizierender Muslim leider Gottes ich bin zur Zeit auch geschwächt zum Beispiel ich bin nicht stark im Glauben ich weiß dass das mein Glaube ist dass dieses Buch 100 Prozent von Gott kommt und ich hoffe dass ich mich mit meinem Glauben noch fest Stimmung stärken kann diese Frage die du mir jetzt stellst sind politische Fragen und sind Fragen die weitergehen glaubst du an die Hadithe an wessen Hadithe glaubst du glaubst du an alle Hadithe und wenn ich dir darauf jetzt eine Antwort geben würde dann das ist nichts was 100 Prozent sicher ist ich sage dir dieses Buch kommt von Gott und das kann ich rational beweisen alles andere kann ich nicht rational beweisen alles andere kann ich nur glauben aber ich sage dir andere Sachen das Problem ist dass viele Menschen die den Islam verstehen wollen wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Nichtgläubigen oder einem Nichtmuslim rede der kommt jetzt zu mir der sagt zu mir ja was ist denn da bei euch mit der Scharia und der Steinigung und hier und da und damit und was ist damit und was ist hiermit ich sage Dicker wenn ich mir einen Film angucke ja dann fange ich den Film auch nicht an irgendwie bei mir Minute 50 an und erwarte dann dass ich den Film verstehe ja verstehst du wenn ich eine Sache verstehen möchte dann fange ich am Anfang an und gehe bis ans Ende ich picke mir nicht die kritischen Dinge raus die irgendwo in der Mitte ohne ein Verständnis für diese Sache überhaupt entwickelt zu haben picke ich mir irgendwelche Sachen raus die für mich kritisch sind und dann sage ich ja aber wie ist das denn damit ich denke wenn du das verstehen willst und wirklich Lust drauf hast und mich nicht nur verarschen willst oder nicht nur sozusagen in eine Ecke treiben willst und wirklich verstehen willst warum das so ist dann setze ich hin und wir fangen ganz am Anfang an und das würde ich gerne einhaken weil es geht ja darum wenn jemand das erkannt hat im Koran was da steht und daran glaubt und dann auch an die Hadite glaubt und zum Beispiel wenn eine Frau das liest und sich dann freiwillig im Kopftuch aufzieht habe ich auch kein Problem damit weil jeder Mensch ist der exklusive eigentlich nur seines Körpers er kann wachen damit was er will das Problem ist nur ich war selber schon im Iran und ich habe damit Was im Iran? Ja, wo was? Teheran und ich habe da mit Familien geredet und die Leute haben mir gesagt dass sie das nicht wollen sie wollen das Kopfdruck anziehen und es wird ihnen politisch aufgezwungen und da stelle ich dir die Frage bist du da einer Meinung damit dass man das den Leuten politisch aufzwingen sollte? Es gibt eine das ist ja das das kann ich dir beantworten es gab im Iran eine islamische Revolution ich bin der Meinung dass du ein Land dass diese Freiheit wie sie hier in Deutschland ist ja nicht nachdem es frei geworden frei gewesen ist das aufzwingen kannst es gibt bei uns auch keinen Zwang im Glauben warum? weil man sagt ja in Islam das Leben ist sozusagen eine Prüfung ja und wo ist deine Prüfung wenn die Prüfung schon geschrieben ist quasi also wenn du keine Frauen siehst mit Reizen die du nicht verfallen sollst dann gibt es ja gar keine Prüfung mehr verstehst du was ich meine? ich will dir damit sagen aber warum sagst du es gibt keinen Zwang im Glauben wenn es im Iran den Zwang im Glauben gibt wenn es im Saudi-Arabien das ist ja politisch das ist ja später gekommen ich sage nur dass die Gesetze des Islams die Scharia und so wenn die Welt von Anfang an von Anfang an da wo es so gewesen ist da wo es angefangen hat wo dieser Glaube wo dieser Glaube verbreitet wurde wären diese Gesetze eingeführt worden und wären diese Gesetze bis heute wären diese Gesetze bis heute geblieben würden wir in einer besseren Welt leben definitiv 100% 100% aber aber du kannst nicht ein Land was demokratisch frei ist jetzt dann kommen irgendwie oder auch 1978 das ist jetzt keine Zeitspanne für mich vor 40 Jahren Iran war ein sehr freisler da hingehen und sagen wir machen das jetzt das wird nicht funktionieren damit werden die Menschen unglücklich sein ob es richtig oder falsch ist lassen wir mal offen die Menschen werden das nicht akzeptieren weil die Menschen hatten schon mal was anderes aber es geht einfach nur darum dass du entscheiden musst wer ist der Eigentümer dieser Welt wem gehört diese 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 Welt dem Schöpfer derjenige der diese Welt erschaffen hat dem gehört diese Welt wer darf Gesetz machen niemand ich finde doch derjenige der die Welt erschaffen hat darf Gesetz machen weil er hat die Welt erschaffen okay er darf dann auch sagen was in seiner Welt passiert also wenn ich dieses Haus hier gebaut habe darf ich auch sagen was in meinem Haus passiert derjenige der diese Welt erschaffen hat darf auch sagen was in dieser Welt erschaffen wird was in dieser Welt passieren soll wie die Gesetze dieser Welt sind das Problem ist die Frage ist also es gibt du kannst der Mensch kann nicht beantworten was gut und was böse ist denn was gut und böse ist kann er nur nach seinen Erfahrungen beantworten ich könnte dir 10 Menschen aus 10 verschiedenen Orten hier hinstellen okay aus 10 verschiedenen Orten der Welt und nur bei der Frage was man essen darf und was nicht würde ich 10 verschiedene Antworten kriegen das heißt der Mensch ist nicht mehr in der Lage dazu eine einheitliche Antwort darüber hervorzubringen was man essen darf in China werden sie dir sagen es ist okay einen Hund zu essen bei uns in in arabischen Ländern sagt man man darf kein Schwein essen hier sagt man man darf Schwein essen also nur über eine ganz simple Frage was darf man essen ist der Mensch nicht in der Lage dazu eine einheitliche Antwort zu bringen 1 plus 1 rational erfassbare Fragen dazu kannst du mir eine Antwort geben du kannst mir sagen 1 plus 1 ist 2 aber wenn ich die Frage was sollte der Mensch essen dürfen kannst du mir nur deine Meinung sagen du kannst mir nicht zu 100% sagen was richtig und was falsch ist das gleiche geht auch um das Thema Sexualität beispielsweise in in Deutschland ist Homosexualität was normales in arabischen Ländern ist es nichts normales und meinetwegen entsteht jetzt irgendwo in was weiß ich wo in irgendeinem anderen Land eine Bewegung wo es normal ist dass Vater und Tochter miteinander dürfen wer ist jetzt in der Lage dazu eine einheitliche Antwort darüber hervorzubringen ob es in Ordnung ist oder nicht also wenn du 10 verschiedene Menschen aus 10 verschiedenen Orten bringst und die fragst ist Homosexualität oder dies oder Inzest oder sonst was in Ordnung wirst du 10 verschiedene Antworten kriegen also darüber ist der Mensch auch nicht in der Lage eine einheitliche Antwort hervorzubringen ja doch warum weil es darum geht was die Konsequenzen davon sind denn je nachdem wie du handelst hast du bestimmte Konsequenzen am Ende bist du umgeholt nein also es geht darum wenn jetzt Leute sich an diese Gebote halten miteinander kooperieren sich nicht gegenseitig umbringen und auch kein Sex mit ihrer minderjährigen Tochter haben und so weiter den Leuten wird es am Ende besser gehen sie werden einen besseren Output haben das haben wir zum Beispiel im Westen gesehen wo die Leute relativ frei waren sich relativ aber da könntest du jetzt auch sagen warum soll ein Mann mit Mann Sex haben zum Beispiel könnte ich doch jetzt auch beispielsweise sagen kannst du mir da ja es würde an dem Output würde es nichts verändern aber du hättest einfach eine freie Welt mit freien Menschen die sich ja immer weiterentwickeln wenn alle Menschen homosexuell werden würden dann würde die Welt sich nicht mehr weiterentwickeln dann würde es keine Menge der Mensch ausgehen dass es da noch eine Agenda dahinter gibt das ist klar das ist überall geputscht da sind wir ja gerade bei diesen Miley Cyrus ja bei allem Respekt ich bin absolut nicht irgendwie ich wollte dir damit nur erklären dass über diese Fragen keine einheitliche Antwort hervorgebracht wird doch aus den Konsequenzen sagst du mir jetzt wenn ich jetzt jemanden aus Saudi-Arabien hier holen würde und fragen würde ist das in Ordnung würde er sagen nein ja weil es eben diese Leute haben eben ihre Regeln und haben dann eben auch die schlechten Konsequenzen daraus deswegen sieht Saudi-Arabien so aus wie es aussieht deswegen ist Iran so wie es aussieht weil sie eben so handeln und dann diese Konsequenzen daraus tragen dass sich dann nichts entwickelt dass es ein theokratischer Gottesstaat ist und dass die Leute ja alle hierher kommen müssen weil wir noch ich sag mal nicht dass es hier ein freies Land ist oder so aber dass wir noch besseren Regeln hatten dass wir hier noch mehr dass hier noch mehr auf Freiheit geachtet wird dass sich die Leute mehr mit Wissen beschäftigen anstatt mit Glauben und deswegen kommen die Leute ja alle hierher weil sie eben nicht diesen Schritt gewagt haben in diesen arabischen Staaten einfach zu sehen was wir hier machen zieht die falschen Konsequenzen mit sich immer wieder wir landen immer wieder im Elend und die Leute im Westen ziehen sich aus dem Elend raus weil es hat wirklich 50.000 Jahre gedauert bis hier im Westen endlich mal die Dampfmaschine erfunden wurde und die industrielle Revolution ausging und das war ein ewiger Prozess weißt du und die Leute im Westen waren genauso von ihren Religionen immer wieder wurden davon abgehalten dieses Wissen sich einfach Wissen zu holen damit sie endlich diese Leute aus dieser Armut befreien und aus dieser ja also als Bauer konntest du dich ja nur selbst versorgen und dann haben sie endlich diesen Schritt gemacht und es ging allein durch Wissen es ging allein durch Wissen es ging nicht durch Wissen Wissen und Bildung ist immer gut du sprichst aber jetzt aus einer anderen Perspektive heraus ich wollte dir damit nur verdeutlichen dass zu moralischen Fragen wenn du verschiedene Menschen aus der Welt rumbringst dann ist keine einheitliche Antwort hervorkommen genau aber du sagst das süße was könnte und ich sag zum Beispiel auch zum Thema bestraft das ist eben die Hirnwäsche weil Leute Leute können selber sehen welche Konsequenzen was nach sich zieht deswegen müssen sie Wissen anwenden und sehen diese Handlung hat diese Konsequenzen und wenn wir alle gemeinsam so handeln gibt es am Ende diese Konsequenzen aber ich sage zum Thema Bestrafung ich sage zum Thema Bestrafung zum Beispiel weil wir dann schließen wir auch das Thema Religion damit wir das hier mal überhaupt an sich mal abschließen das mal abschließt wir können auch nach dem abschließen das ist auch schon interessant zum Thema zum Thema Bestrafung zum Beispiel Bestrafung kann der Mensch auch keine einheitliche Dings Antwort hervorbringen was ist richtig es gibt abschreckende Strafe und es gibt erzieherische Strafe in China wird die Todesstrafe live im Fernseher übertragen hier kriegt ein Pädophiler zwei Jahre Knast auf Bewährung manchmal was ist jetzt richtig hier gibt es erzieherische Strafen in anderen Ländern gibt es abschreckende Strafen so ich glaube daran dass der Schöpfer dass der dass der Schöpfer an den ich glaube abschreckende Strafen für den Menschen hervorgesehen hat damit die Dinge nicht passieren ja wenn ich weiß wenn ich etwas schwerwiegendes klaue ich rede jetzt hier nicht von einem Lollipop wenn ich einen Menschen so stark beklaue dass er an diesem Ding was ich geklaut habe morgen verhungert und vielleicht seine Familie nicht mehr ernähren kann und mir meine Hand abgeschnitten wird wenn ich das mache dann werde ich den nicht beklauen wenn ich weiß dass ich dafür vielleicht vier Wochen Dauerarrest kriege in der JVA was weiß ich wie ein halbes Hindernis für mich damit wir nicht sagen du kannst diese Gesetze in einem Land welches so ist wie Deutschland kannst du es nicht reinbringen deswegen halte ich auch nichts von irgendwelchen Scharia-Polizei-Idioten-Sparsten Salafisten oder wie auch immer die sich nennen die auf der Straße rumlaufen und wie Idioten probieren den Leuten unbedingt ihre Meinung nahezunehmen oder meinen dass hier ein Kalipat errichtet werden muss dass die Gerüste schwach sind ja aber wenn diese Sachen von Anfang an da gewesen wären und so geblieben wären wäre die Welt heute anders aber jetzt geht es nicht mehr aber nur noch zum Schluss also das Problem ist halt dieser Eindruck den es erzeugt gerade jetzt als westliche Bevölkerung jetzt mal ganz aus der Distanz betrachtet so wir hatten das halt nie diesen Islam und uns ging es damit relativ gut also wir haben das nicht gebraucht hier im Westen jetzt kommen eine millionenfach Muslime hier rein und befürworten eine Ideologie die diese genau diese Gesetze die wir im Westen nicht wollen befürwortet und da frage ich mich einfach da merkt man doch was das für einen Eindruck erzeugt weißt du wenn du sagst okay ich bin nicht dafür dass es politisch eingesetzt wird aber eigentlich sollten die Leute sich doch irgendwie daran halten das öffnet ja nur die Türen für die wirklich radikalen Leute die dann sagen hey das ist von Gott und wenn man dann erstmal eine muslimische Mehrheit in Deutschland hat dann haben wir wieder das gleiche wie im Iran so wenn man eine bestimmte Mehrheit an den Leuten hat dann wähnt eine islamische Partei und dann hast du wieder eine islamische Revolution in Deutschland und du siehst ja die Konsequenzen was du da hast findest du die Konsequenzen in Iran aber ich sag dir ganz ehrlich du bist wirklich oft mit sehr zweierlei Maße und du widersprichst du bist gegen die Elite und wir wissen ganz klar dass Iran Russland Nordkorea wie die alle heißen dass die gemeinsam gegen die Elite sondern Russland wurde von Rockfaders aufgebaut und kann man sogar in den Büchern nachlesen Kommunismus ist sowieso deren Ideologie wo du diesen wollen weißt du das Ding ist willst du die AfD ne ich will gar keine Partei die Sache die Sache ist nur die Leute würden gerne von jemandem wie dir sehen dass du dich also gar nicht jetzt du aber es gibt so Leute die immer wieder diese AfD wisses machen und so die glauben hier jetzt irgendwie cool gegen das Statement zu schießen was die Leute von Leuten wie dir wieder sehen würden wäre sowas wie dass du den Leuten zum Beispiel mal klärst wie man die Religion auslegen sollte und dass man es den Leuten nicht aufdrehen sollte dass du erstmal kritisch damit umgehst was in deiner eigenen Religion höre dir mal meine 100 Bar da rede ich über den Punkt aber ich sage dir ganz ehrlich in meinen Augen ich möchte dich jetzt keineswegs beleidigen aber du bist schon ich habe mir schon auch viele Videos von dir angeguckt man nennt uns Ausländer Iraner Araber oder wie auch immer man sagt immer wir sind Antisemiten oder sonst was ich was viel von deinem Content ist antisemitisch was du ja weil du Juden oft über einen Kampf sharest und so über die auch viel so über die jüdische Welt macht und die auch wie du gerade redest dass du tausende muslimen hierherkommst denkst du jetzt echt das Abendland wird islamisiert ja absolut und es ist auch eine politische Agenda da kannst du sogar gibt es eine Rede von Sarkozy der sagt das Ziel ist die Völkervermischung in Europa das heißt diese Kriege wurden bewusst geführt die Grenzen wurden auch bewusst geöffnet weil sie eben auch diese One World Diktatur wollen mit Leuten ohne Heimat ja ich bin auch dabei was sagen ja gewisse Flüchtlingsströme wurden schon auf jeden Fall dazu habe ich noch vorhin was dass westliche Völker ausgetauscht werden sollen das heißt wirklich Ersetzungsmigration kann man sich das Dokument anschauen das ist der Plan auf jeden Fall wollte ich noch sagen dieses Zeichen hier auf Mosch stehen was tätowiert ist das ist vom Sartosch das ist die Religion die Form Islam das Zeichen davon das haben viele Iraner er hat sich damals in jungen Jahren tätowiert weil viele Iraner dieses Symbol aus traditionellen Gründen immer noch sehr gerne tragen das wollte ich nur sagen das hier bei ihm dieses Dings ist für die 3,6 und wir müssen das auf jeden Fall jetzt hier einmal kurz sauber abschließen haben wir nicht noch 5 Minuten irgendwie irgendwo doch ich mach das erst noch mal los lass uns hier an der Stelle einen Punkt finden wir haben uns ja rausgetauscht du bist nicht hier damit ich dich hier diskreditiere vor der Kamera oder was weiß ich was ich glaube das hast du mit vielen Aussagen manchmal schon selber das Ding ist du sagst die Leute würden das gerne von mir sehen ich glaube du würdest das gerne von mir sehen ich glaube nicht dass es alle Leute gerne von mir sehen würden für mich ist Musik und Rap das ist nicht meine Pflicht als Rapper nur das System zu bekämpfen ich mache gerne Musik ich lebe Musik Musik ist meine Leidenschaft ich liebe das Studio zu gehen zu produzieren Bild zu machen Melodien zu hören Texte zu schreiben geile Reime zu schreiben das ist mein Ding ich habe es auch nicht auf dich zu tun wenn ich es ab und zu nutze um was gutes auszusagen dann ist es cool aber Rap heißt Rap bedeutet auch nicht nur politisch sein zu müssen Rap ist daraus entstanden dass sich Leute auf der Straße gebettelt haben und gegenseitig beleidigt haben die haben keine Politik damit gemacht was ich das ist der Ursprung davon was ich einfach sagen will ist dass wir da an der Stelle einen Punkt finden ich gehöre auf jeden Fall zu keiner Lodge ich widere mich auf jeden Fall will mich dem nicht anwidern ja und die Sache ist das finde ich auf jeden Fall auch eine Verdummung stattfinden man kann den Verschwörungen dieser Welt und den ganzen Geschichten irgendwie probieren irgendwo auf den Grund zu gehen und es gibt definitiv auch Dinge die wir autonormale Verbraucher haben da ziehe ich mich auch mit zu und glaub mir da zähle ich auch Bushido und sonst wen zu die meiner Meinung nach du hast ja in Videos gesagt dass die die Anschläge hier vorausgesagt haben und davon Bescheid wüssten und so ich sage dir Dicker du wirst ja auf jeden Fall auf dem Holzweg du kannst mir noch 60 Beweise dafür raussuchen weil ich weiß wo diese Menschen herkommen ja und ich weiß dass diese Menschen ganz normale Rapper sind die hier ein bisschen Cash mit Musik gemacht haben in diesem Land ja und nur ihr Ding machen also die haben mit anderen Dämonen wahrscheinlich das was ich sage ich auch durch uns gedreht ja was denn diesen Anschlag auf diese Dings das war ja von von Fall Out war das ne Fall Out ja ja wo wir dann extra noch den Freischeidplatz gedreht das ist auch sehr auf jeden Fall ja das Ding ist einfach in Berlin wenn du mit einer Drohne drehst gibst die Spieleort wo es hättest du da bist einer davon ne also findet ihr drei Monate nach dem Anschlag findet ihr den Breitscheidplatz extra ja also stimmt den weil danach sagt der Geheimbund Freimaurerei aber ich habe eine Frage ich bin nicht hingekommen zu sagen dass du nicht rappen kannst im Gegenteil das steht außer Frage ich habe mich damals bei unseren Taten oder vor allem 100 Bars reloaded habe ich dich sehr gefeiert mir geht es darum was ich nicht verstehe du hast damals bei 100 Bars reloaded hast du auf Haftbuffet geschossen Shiro, Sido hast gesagt ich verkaufte euer Rosera an den Teufel und du sagst ja dann auch wirklich die Illuminaten verbreitet hier die Zeichen des Bösen ich glaube an den Dajjal und jetzt frage ich mich inwiefern er macht ja auch Anschuldigungen von wegen Illuminati Symbole und ich finde halt mit solchen Elementen sollte man nicht spielen das wird dir schon mehr geklärt das wird dir schon das ist übrigens Jukavelli neuer vielversprechender Rekord ein und kommt Werbung die Sache ist wie gesagt dass dieser Kreis und der hier und diese ganze Scheiße das ist für mich zu mainstream geworden vor sechs Jahren habe ich das war ich dann noch voll Dings mittlerweile ist es so das meine ich halt es ist genauso wie du sagst dass die Leute manipuliert werden und hier und da ist es für mich auch Manipulation von jungen Leuten die so eine Scheiße vorzuhalten dass jedes kleine Kind was überhaupt kein politisches Hintergrundwissen hat überhaupt keine Ahnung von sowas hat nichts von sowas weiß jetzt jedes Mal wenn ein Rapper zufällig den hier macht oder den hier macht dann unterschreibt yo du bist ein Illuminati das ist ja der Punkt von meinen Videos ich mache ja diese Videos extra damit Leute die sich sonst nicht für sowas interessieren wenigstens das Video mit den Stars gucken und dann merken oh shit was ist denn da los und ich habe ich habe wirklich schon dutzende Nachrichten bekommen wo genau das gesagt wurde ich habe mich eigentlich überhaupt nicht für Politik und so interessiert da habe ich irgendwann deine Videos gedreht und ich habe mich nur für diese Rapper interessiert auch aber auch ohne deine Videos schon wenn man damals Dings kannst zum Beispiel gucken bei kannst du wirklich nachgucken 100 Bars Reloaded und dann habe ich in der Promophase dazu das war das Album Machtwechsel da habe ich eine Single ausgekoppelt die hieß Flashback und ich habe in dem Video zu Flashback eine Greenscreen Serie gedreht wo ich ein rotes T-Shirt trage irgendwo ein Dreieck drauf war das war ein T-Shirt das war ein T-Shirt von der Firma Grimey hier aus Berlin die haben uns ab und zu so Klamotten geschickt und ich habe das gefragt damals hat mein Manager mich echt angefangen und gesagt ey das kannst du doch jetzt nicht tragen ich habe mir das erst mal nicht mal aufgefallen das Symbol dass diese Dinger in einem Dreieck drin waren da habe ich mich so aufgeregt habe ich gesagt Alter jetzt come on verstehst du was ich meine jetzt muss ich echt verstehst du so im Endeffekt verstehst du das bestimmt wenn Leute das kritisieren wie du das damals bei denen kritisiert hast ich bin zum Beispiel jemand ich kritisier das weißt du so ich kritisier das nicht mehr aber wenn es auch mit dem Text verpackt ist ja weißt du in solchen Elementen ich sag da steht eine 66 an der Zellentür und da kommt der rein der rappt gerade so eine Frau darüber dass man für seine Frau die man lieb zum Mörder wird und der sagt ich ballere sechs Salben durch deine Dreckscheiben oder was weiß ich was an deinem Rap decay und ja gut dann macht man daraus 666 die Sache ist einfach lass es an dem Punkt bleiben und da hat mich gefreut dass du hier warst was ich zum Abschluss zu sagen kann ist wir sind in vielen Punkten sag ich dir ganz klar natürlich es gibt Dinge auf der Welt die wir nicht wissen die wir nicht kennen es gibt Ungerechtigkeit wir leben nicht in einer perfekten Welt und auch das System ist nicht perfekt kein System auf dieser Welt ist perfekt aber man sollte nicht alles verteufeln und man sollte nicht so negativ durch die Welt gehen wie du weil das macht unglücklich und krank und ich möchte dass die jungen Leute da draußen glücklich sind und ihr Leben leben und ihr Leben bereichern in dem die Reisen viel sehen viel von der Welt sehen lernen sich bilden keine Ahnung ihr Abitur machen studieren gehen arbeiten gehen finanziell stark sind um sich einfach die Dinge in ihrem Leben leisten zu können die sie glücklich machen und man braucht sich nicht mit Themen verrückt zu machen an denen man am Ende des Tages nichts ändern kann so wenn man das wenn man sich das zu seiner Lebensaufgabe macht ja jeder ich muss da jetzt auch abschließend ich denke das was du sagst hat für sich gesprochen das was ich sage hat auch für sich gesprochen und ich denke die Zuschauer können sich da ein eigenes Bild machen definitiv also das Video geht jetzt ich danke dir auch das Video geht jetzt knapp zwei Stunden ich gucke wann bis raus und irgendwann demnächst wir machen noch gerade ein bisschen Proben auf unserem Channel für ein ultimatives Album von MoFelix der übrigens auch zu keiner Lodge angehört wir sind live in Berlin wir gehören zu keiner Lodge angemachen wir sind einfach nur Rappers ich komme aus Essen ich war auch in der Lönsberg Grundschule danach war ich auf dem Gymnasium ein paar Jahre bis ich runtergeflogen bin mich hat niemand korruptiert auf jeden Fall alles ganz normal alles wirklich alles hier Dankeschön Peace